Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW. Die besten Podcasts der Welt. Der Star Trek Podcast. Mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag. Liebe Hörerinnen und Hörer, wunderbar, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wunderbar, dass auch der Simon wieder eingeschaltet hat. Sein Computer, sein Headset, sein alles. Hallo Simon, schöne Grüße nach Fürth. Hallo Sebastian, schöne Grüße nach Lüdenscheid. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Und nicht nur von mir, sondern auch von unseren Zuhörern. Da möchte ich mich anschließen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und schön, dass du dabei bist. Wunderbar. Wir haben diesmal ja gar nicht so eine lange Wartezeit gehabt. Letzte Folge haben wir vor zwei Tagen aufgenommen. Normalerweise dauert das ja immer so eine Woche, bis die nächste dran ist. Und jetzt sind wir hier voll. Wir arbeiten gerade auf Akkord. Ja, wir haben gerade so ein Grind. So ein Tad-Grind ist das. Genau, einfach durch. Augen zu, Mund auf und durch. Ja, ist doch schön. Aber ich meine, Weihnachten steht ja bald vor der Tür, kann man sagen. Dauert noch ein paar Wochen, aber ist nicht mehr so lange hin. Da ist es ja ganz gut, dass wir auch ein paar Folgen so auf Halde haben, wenn man da wieder dann in die Stadt geht und Geschenke kauft. Braucht man ja auch Zeit für. Star Wars im Kino gucken will oder so. Star Wars, richtig. Hast du schon eine Karte? Ich habe noch keine Karte, aber an die Vorstellung, die ich mir ausgeguckt habe, da hat auch noch kein anderer eine Karte gekauft. Und deswegen warte ich noch, ob die Kumpels noch zusagen, wie viele dann da mitkommen. Und ich würde nämlich sehr, sehr gerne am ersten Weihnachtsfeiertag abends reingehen. Erster Weihnachtsfeiertag abends, das ist, glaube ich, ah ja, erster Weihnachtsfeiertag, ja gut, klar, das ist super. Kino gehen am ersten Weihnachtsfeiertag, warum nicht? Ja. Schön. Schön ruhig, so irgendwie mittendrin. Man muss dann zwar ein paar Tage lang Spoiler ausweichen, aber ich gucke auch keine Trailer. Ich habe keinen einzigen Trailer von dem Film gesehen. Ich will, die verraten schon immer zu viel. Ich will da komplett unvorbereitet rein. Hast du die Karte schon, Simon? Ich habe die Karte tatsächlich schon, ja. Du gehst am ersten Tag. Nein, 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 nein. Das habe ich bei Force Awakens gemacht. Das war, weil ich da einmal dabei sein wollte bei sowas, ja. Wenn halt so eine neue Star Wars Trilogie startet, da wirklich am ersten Abend saßen wir da mit ein paar Freunden. War auch ein lustiges Erlebnis so, ne. Wahrscheinlich finde ich den Film deswegen auch so gut. Viele haben ja Probleme mit Force Awakens. Noch mehr Leute haben Probleme mit dem Last Jedi. Aber das ganze Happening und so, es war ein toller Film, toller Kinoabend für mich so in Erinnerung. Das war schon schön. Ich habe eine Karte, ich gehe rein am Sonntag vor Weihnachten tatsächlich. Also das ist ja in der Woche, wo der anläuft. Da muss ich dann auch drei Tage lang das Internet irgendwie abschalten und nicht gucken. Also, wenn ihr noch irgendwelche Tweets absetzen wollt oder so, dann macht das jetzt, weil ich schalte da das Internet ab. Das ist einfach dann aus, ein paar Tage. Erst wenn ich aus dem Kino wieder raus bin, schalte ich das Internet wieder ein. Und wir sind am Sonntagabend, sind wir dann tatsächlich im Kino. Ja, in unserem wunderschönen Kino hier in Nürnberg, im Cinecitta. Ja, auf der Riesenleinwand gucken uns das Ding an, auch mit ein paar Freunden. Das wird auch sicherlich ein schöner Tag, schöner Abend. Ja, von dem Kino habe ich schon gedacht. Ganz egal, wie der Film wird, ist mir eigentlich egal. Ja, mir ist das auch Wurst eigentlich, wenn ich mit den Kumpels fahre. Und ich bin ja auch, ich gehe ja mit relativ neutralen Erwartungen da rein. Ich habe den ersten Film so ein bisschen lahm gefunden. Und ich fand den zweiten Film richtig gut, weil er mich komplett überrascht hat in allem, was er getan hat. Mich auch, ja. Und trotzdem finde ich, ist das einfach nicht mehr, wenn so ein Film landet, das ist nicht mehr so eine epische Erfahrung wie früher. Das ist eben halt eine von vielen großen Popkultur-Tentpole-Events, das kommt. Und man freut sich in dem Moment, wo man das schaut. Und wenn es vorbei ist, ist es auch vorbei. Und das arbeitet nicht noch so monatelang in einem, wie das zum Beispiel früher war, wenn man mal einen großen Film gesehen hat. Klar, sicher. Also da hast du absolut recht. Ich meine, dieses Event-Kino, diese Blockbuster, das hat ja auch deutlich zugenommen irgendwie. Also allein die ganzen Marvel-Filme, das haben wir ja viel öfter heutzutage, als wir es früher hatten, zumindest gefühlt. Und deswegen ist das sicherlich auch jetzt nicht mehr wirklich was Besonderes. Wobei, ich finde schon besonders, dass die Trilogie, was heißt die Trilogie, diese ganze Skywalker-Story soll ja dann auch mal tatsächlich abgeschlossen werden. Und solange wie uns beide das Thema ja schon begleitet, Sebastian, ist das natürlich schon auch irgendwo noch was Besonderes, dass wir das noch mal erleben können. Wir haben es bis hierhin geschafft. Hätte man ja nie gedacht, dass da tatsächlich jemand noch mal diese drei Filme macht. Also diese komplette neunbändige Saga sozusagen. Das ist richtig. Ich habe das damals gelesen, dass das Ding, da gab es, da war auch diese Prequel-Trilogie, die war da noch in weiter Ferne irgendwie. Und dann habe ich irgendwann, irgendwer hat mir erzählt, das sind eigentlich neun Filme. Ich glaube, ein Cousin von mir hat mir das mal erzählt, das sind neun Filme. Eigentlich hat er geplant, der George. Und ich so, was? Was soll denn da noch kommen? Den Imperator, den haben sie doch da diesen Schacht runtergeworfen. Was soll denn da noch kommen? Ja, und jetzt sitze ich hier und es kommt tatsächlich noch was. Interessant. Schon, ja. Ein bisschen bin ich, wie nennt man das? Dadurch, dass JJ jetzt wieder am Steuer sitzt, verspüre ich ein gewisses Antisappointment. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich gehöre ja auch zu den Leuten, die hier Rian Johnsons, interessant, dass wir jetzt über die Star Wars-Trilogie reden. Aber um das ganz, ist nicht lang nicht abschalten da draußen. Wir kommen gleich wieder auf unser eigentliches Thema zurück. Aber das fand ich halt toll an Last Jedi. Viele mögen den Film ja nicht. Kann ich auch nachvollziehen irgendwie. Andererseits hat er wirklich versucht, das auch mal neu zu erzählen. Den Charakteren wirklich mal was Neues zu geben. So, und ja, aber hat halt gezeigt, dass viele Fans das einfach nicht wollen. Die wollen da einfach nichts Neues. Die wollen halt ihren alten, das ist ja ihr, ihre Filme sind das, ja. Und deswegen wollen die halt das. Gut. Vielleicht hat es auch geholfen, dass ich damals ganz ohne Erwartungen ins Kino gegangen bin. Oder mit negativen Erwartungen ins Kino gegangen bin. Weil von Rian Johnson kenne ich den Film Looper. Und mein Gott, was verachte ich diesen Film Looper. Ich weiß, den mögen viele Leute echt total gerne. Aber ich finde den so erwartbar. Und dann ist diese Telekinese mit den Kindern da noch so übergestülpt, diese Sache. Und irgendwann in der Mitte macht Bruce Willis so einen John McClane-artigen Action-Megakill-Streifzug durch so ein Haus. Wo ich auch einfach denke, was passiert denn da gerade? Das passt ja voll nicht zum Rest des Films. Ich war komplett genervt von Looper, ehrlich gesagt. Ich fand den auch nicht so toll. Ich habe aber nicht so eine Emotion jetzt, die mir hochkommt. Ich weiß gar nicht, ich fand den, glaube ich, so mittelmäßig irgendwie. Aber ja, Last Trader finde ich toll. Das Ende finde ich fantastisch. Ja. Gut. Ja. Schauen wir mal, wie es dann so wird. Eine Sage eindert, eine andere geht weiter. Nämlich die Klingonsaga, Sebastian. Bevor wir dazu kommen. Wir hatten ja eine besondere Folge vor zwei Ausgaben. Vor dreien. Vor drei Ausgaben sogar schon. Da war ja die gute Tautau bei uns zu Gast im Podcast. Und das war ja die Gehörlosen-Episode. Und Tautau hat da ein wenig mit ihrer Fachkenntnis unseren Podcast veredelt. Und wir beide waren, denke ich, ein bisschen nervös, weil wir nicht so sicher waren, wie das ankommt. Weil ihr da draußen, ihr kennt uns natürlich, ihr kennt unsere Stimmen. Und mal abgesehen von den Sonderfolgen, wo dann auch mal andere Leute zu hören sind, sind wir beide ja in den regulären Episoden immer zu hören. Und da jetzt jemanden hinzu zu addieren, auch wenn es irgendwie aufgenommen war und nicht live. Da haben wir natürlich gedacht, Mensch, mal gespannt, wie die Leute das überhaupt so finden. Und das Feedback, Sebastian, das hat mich ja wirklich freudig überrascht. Also viele fanden das, glaube ich, sehr gut, was ich so bisher gelesen habe an Kommentaren. Die fanden, das war eine richtig runde Sache. Und dieses Veredeln des Podcasts, das ist nicht von mir. So hat jemand halt tatsächlich geschrieben. Das habe ich gelesen. Also TauTau hat euren Podcast an diesem Tag veredelt. Und das freut mich. Also nochmal an der Stelle vielen Dank an die Kommentare. Vielen Dank an TauTau, dass sie mitgemacht hat. Und es wird natürlich nicht eine regelmäßige Sache sein. Also keine Sorge, Trink am Dienstag. Das sind weiterhin Sebastian und Simon. Aber vielleicht bietet sich das ja in Zukunft nochmal an. Ja, wenn wir entsprechende, also wenn sich jetzt für diese Woche mal ein Klingone gemeldet hätte, hätte ich gesagt, ja komm. Klar, wäre dabei gewesen. Aber war nicht so. Habe extra eine Nachricht geschickt, aber hat niemand geantwortet aus dem Subraum. Ja, aber Spaß beiseite. Nee, das war wirklich eine coole Sache. Und wir sind da offen auch für Experimente. Schön, dass das so geklappt hat. Freut uns alle riesig. Weißt du, Simon, jetzt muss ich dir noch was erzählen. Heute Morgen war, ich weiß, wir haben schon wieder viel zu viel vorgeplänkelt. Aber heute Morgen, da war was los. Das hast du noch nie erlebt. Was war denn los? Ich arbeite ja in einer Firma. Und auf der anderen Seite der Straße ist eine Firma, die ist viel, viel größer als die Firma, in der ich arbeite. Da sind vierstellige Mitarbeiterzahlen haben die. Und die haben, weil die immer mehr werden, so einen neuen Parkplatz am Hang gebaut. Und heute Morgen war es einfach sehr kalt und es war auch ein bisschen glatt. Geht gut los. Geht gut los. Ja, du ahnst gar nicht, wie es losgeht. Und auf diesem Parkplatz hat sich ein parkendes Auto in Bewegung gesetzt. Ganz langsam. Wie so ein Gletscher. Ist das über das Eis gerutscht? Führerlos, Herrenlos. Oh Gott. Ist das so. Und dann ist das so ganz langsam auch gegen ein anderes Auto gerammt, was da geparkt ist. Oh, wie ärgerlich. Ja. Und dann hat dieses Auto angefangen zu brennen. Und dann hat auch das Auto, was da gerutscht ist, angefangen zu brennen. Und dann gab es da so ein paar Explosionen. Und dann hat ein Auto, was noch daneben gestanden ist, angefangen zu brennen und zu explodieren. Immer so kleinere Explosionen. So pop, 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 pop. Und ich stand an meinem Bürofenster. Wie bitte? Und ich sah das und ich dachte, was ist denn hier los? Das sah wirklich so aus, als wäre irgendwie hier so, weiß ich nicht, als wären marodierende Massen irgendwie durch die Straßen gezogen und hätten Autos angezündet. Aber das war einfach nur so eine Lappalie mit so einem furchtbar spektakulären Effekt. Also ich habe Bauklötze gestaunt heute. Ja, aber wieso fangen Autos an zu brennen, die gegeneinander stoßen und die noch nicht mal an sind? Ja, wenn man das mal so genau wüsste, das wird sich wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen noch klären müssen. Ich glaube, da hat auch die Versicherung großes Interesse daran, das aufzuklären. Ja, krass. Du bist sicher, dass sie nicht da Alarm für, wie heißt das, Alarm für Cobra 12 oder so gedreht haben? Nee, 11, glaube ich. Irgendwie sowas. Also so sah es aus. Wenn du da so ein Feuer siehst und da drin macht es dann immer so, pop, pop. Top, für die Leute, denen die Autos, ist es eigentlich nicht lustig. Die Leute, denen die Autos gehören, die werden gedacht haben, nein, scheiße. Aber. Ja, das werden die gedacht haben. Und gesagt haben wahrscheinlich auch. Ja, nee, what a story, habe ich mal gedacht. Muss ich mal erzählen. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Also für die Beteiligten natürlich nicht so toll, aber das sieht man ja wirklich nicht alle Tage. Meine Güte, ey. Aber gut, dass es offensichtlich nur Blechschaden gab, das muss man ja auch mal dazu sagen. Und von da darf man da auch noch ein bisschen drüber lachen. Man darf über alles lachen, aber darüber darf man richtig laut lachen. Ist egal, ihr dürft machen, was ihr wollt. Ich will, ist mir egal. Ja. Ich habe keine so schöne Geschichte, Sebastian. Heute war ein relativ gewöhnlicher Tag. Ach. Keine brennenden Autos bei uns auf dem Parkplatz. Zumindest habe ich sie nicht gesehen. Also ich habe mein Auto da abgestellt und dann als ich abends, wie wir denn so, war es noch da. Von daher. So ein ganz normales 9-to-5-Ding hast du heute gerockt. Ja, mach mal lieber 8-to-6-Ding draus, aber ja. So was habe ich heute gemacht, richtig. Ja. Ja, schön. Aber uns beiden geht es gut, wir sind nicht explodiert. Und schauen wir mal, ob die Folge, die wir heute besprechen, uns zum Explodieren bringt, Sebastian. Ja. Wollen wir starten? Was meinst du? Ich bin dafür, dass wir heute sprechen über die Folge vom 6. Februar 1989, die da heißt, Simon. A Matter of Honor. Jetzt sind wir bei Next Generation bei den A Matter of Episoden angekommen. Da zeigt man manchmal ein bisschen wenig Fantasie bei der Benennung. Auf Deutsch heißt das Ding der Austauschoffizier. Ja, das ist sogar korrekt. Man könnte sogar sagen, die Austauschoffiziere. Streng genommen. Eigentlich gibt es zwei, ja. Ist ein fantasieloser Titel, aber auch kein falscher Titel. Von daher gekauft. Sebastian, der Burton Armis, der ist aus seiner Quarantäne mal wieder ausgebrochen. Und der hat das Drehbuch geschrieben, basierend auf einer Story von ihm selbst. Aber geholfen dabei haben ihm dann noch Wanda M. Hyde. Also Hyde und Gregory. Amos, Amos und Armis. Das ist eine Serie, ein Achtzerkund, so eine Action-Serie sein. Simon & Simon und danach um 20 Uhr Amos and Armis. Ja, völlig unbeschriebene Blätter, die beiden Typen da, ne? Also die Wanda und der Gregory. Das ist, ich hab mal gefragt nach denen, die IMDB auch. Nö, nix. Das war's. Nö, nix, nix. Ja. Das sind vielleicht auch so Nöme von Tracy, Tommy oder so. Ja, oder irgendwie so ein Fan. Ja, Tracy wird das gewesen sein, ja, ja. Oder irgendwelche Fans. Man weiß es nicht. Ist auch egal. Genau. Ja, diese Woche, Simon, haben wir zwei Leute, die Urlaub machen. Marina Sirtis hat frei. Levar Burton hat frei. Und wer auch gerade aus dem Skiurlaub kommt, Simon, ist Brent Spiner. Denn der ist komplett erkältet. Ist dir das auch aufgefallen? Das ist mir aufgefallen, ja. Es wird besser. Hinterher, die Szenen später, da hat er sich ein bisschen erholt. Aber gerade am Anfang, mein lieber Mann, da ist die Nase dicht. Die Nebenhüllen sind voll mit Schleim. Und das hört man eben voll raus. Ist das ein neues Testprogramm von Data, dass er menschlicher werden will? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich verstehe nicht, warum sie den nicht einfach nachsynchronisiert haben, als es ihm wieder besser ging. Weil er sagt ja nicht viel in dieser Episode, der hat keine Ahnung, der hat vielleicht fünf, sechs Sätze oder so, die er sagt. Hat nicht viel zu tun. Ganz im Gegensatz zu jemandem, den wir ja in den letzten Folgen schon fast so vermisst haben eigentlich, dass der mal was macht. Das ist nämlich Jonathan Frakes in seiner Rolle als Riker. Ja, endlich mal wieder eine Riker-Episode, Sebastian. Das freut mich. Ich mag, ich mag einfach Riker-Episoden. Ich finde, ich mag den Charakter und ich mag seine Episoden. Toll. Er ist schon ein guter Junge. Das stimmt. Ja, Sebastian, aber was mir auch aufgefallen ist, wo wir jetzt gerade so ein bisschen über Äußerlichkeiten reden bei der Folge, ja. Mann, sieht die griselig aus. Das ist mir schon letzte Woche aufgefallen. Ja, also in einigen Szenen, wir hatten ja dieses Thema, was das Remastering angeht, das HD-Remastering, dass man das so ein bisschen jetzt aufgeteilt hat, dass da zwei Unternehmen für zuständig waren. Und also hier, muss ich sagen, war es teilweise unangenehm grobkörnig. Das ändert sich auch von Szene zu Szene. Eigentlich musst du überall denselben Filter so halbwegs drüberlegen, damit das okay aussieht. Ich bin sehr froh, dass ab der dritten Staffel man sich dafür entschieden hat, dass das wieder bei CBS in-house alles passieren wird. Da ist die zweite Staffel ein Mixed Bag tatsächlich, was die Qualität angeht. Das stimmt. Finde ich auch. Gut, das war weggenommen, aber man kann sich das natürlich trotzdem ansehen, kein Problem. Und ja, Sebastian, da würde ich mal sagen, schauen wir mal, was der Riker so macht. Ja. Die Woche, der macht ja einiges. Der macht noch eine Menge. Steht auch direkt im Fokus. Das Erste, was wir sehen, ist Riker. Und man ist gerade unterwegs Richtung Starbase 17.9. Ja, da fliegt man hin und ist auch irgendwie angekommen und möchte jetzt jemanden hochbeamen. Und der Riker sagt, alle klar, ich gehe runter, ihr macht das. Also Bill nimmt sich Wesley mit. Und hier habe ich auch tatsächlich in meinen Notizen stehen, an der Stelle, Data hat mega schnupfen. Also hört es euch mal an auf Englisch, auf Deutsch merkt man das natürlich nicht. Aber schaltet mal ruhig um, wenn ihr das sonst immer auf Deutsch schaut, weil das ist wirklich lustig. Wer sich anhört, Alter, möchtest du mit so einer kleinen Vigvaporub-Bombe möchtest du ihn bewerfen? Ja, ich weiß, Vigvaporub ist eigentlich nicht das richtige Mittel dafür. Ich würde dem das Sebastian'sche Hausrezept machen. Heiße Zitrone mit Honig und einen Daumendick Rum oben drauf. Und dann im Bett. Dann kannst du wieder Vigvaporub nehmen, ich glaube, da ist auch. Oder ist das zum Einräumen, das Eingremen? Vigvaporub ist, glaube ich, zum Eingremen. Naja, also wenn du Vigvaporub isst, dann spießt das. Vigvaporub war dieser etwas glorifizierte Schnaps, den man da abends trinkt, um besser zu schlafen. Richtig, richtig, ja. Aber ich habe keine Ahnung davon, vielleicht ist das auch ganz toll. Ich muss sowas immer sagen, nicht, dass jetzt die uns da verklagen oder so. Wäre lustig, wenn du mal in der Kneipe sagst, wir nehmen doch zwei Medi-Night. Alles klar, habe ich hier, zack, zack, zack. Außer Pullen mit diesen schönen Ausgießern oben drauf, weißt du? Die Dinger, wo drin, Pinchen, so herrlich, na egal. Also, das wird der Data besser mal trinken. Bill fährt runter mit dem Wesley und dann lernen wir auch gleich drei neue Wissenschafts-Crew-Mitglieder, die kennen oder sehen die einfach nur, die an Bord gebliebenen werden. Und einen vierten, der ebenfalls in blau da rumläuft. Und kennen wir den oder kennen wir den nicht? Ja, man denkt sofort an Murdoch aus dem 80er. Der kommt noch. Der kommt nächste Staffel. Das ist ja, also diese Folge hier, die winkt ja mit diversen Plakaten, was so Vorurteile und Rassismus und solche Sachen angeht. Das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Hier ist auch so. Und ich habe mich auch selber dabei ertappt, das gebe ich zu. Ich habe, ich versuche ja immer die Folge, ich habe die natürlich auch schon fünfmal gesehen oder so, aber ich versuche immer, die komplett zu vergessen und neu zu gucken irgendwie. Und im ersten Moment dachte ich, ah ja, hier ist doch Murdoch. Murdoch, klar. Das ist nämlich der Kumpel von Wesley Crusher. Ihr erinnert euch noch, wo der Wesley Crusher da seinen Akademietest gemacht hat. Richtig. Und entsprechend ist jetzt Wesley auch erfreut, dass er seinen Kumpel sieht. Das ist nämlich auch ein Benzite und der wird auch von dem gleichen Typen gespielt, der damals den Murdoch gespielt hat. Aber nein, sein Name ist ja Mendon. Richtig, ja. Ja, ne, also hier gleich schon, jetzt müssen wir so einen Kaching irgendwie einspielen, ne. Das erste Vorurteil, was Wesley da hat, er denkt, es ist Murdoch, aber es ist in Wirklichkeit ein Menden. Ihr seht ja alle gleich aus, sagt er, wie haltet ihr euch selber auseinander? Das sind auch so geile Fragen irgendwie, ne. Weißt du, das ist so dieses typische, also ich kann diese Chinesen nicht auseinanderhalten. Die sehen ja alle gleich aus, ne. Wie schaffen das eigentlich, dass die das, dass die sich auseinanderhalten können, ja. Also Wesley hier schon ordentlich political incorrect, schrägstrich rassistisch unterwegs. Also seltsame Diskussion einfach, finde ich. Aber gut, es ist Mendon. Es passt auch nicht zu Wesley, denn Mendon erklärt ja, okay, wir sehen gleich aus, weil wir kommen aus derselben Geostruktur. Das stelle ich mir toll vor, wie das da abläuft, dass man in einer Geostruktur, dass die alle gleich aussehen. Und man kann sich aber doch trotzdem auseinanderhalten. Und jetzt denken wir mal zurück an die letzte Episode mit Murdoch. Da hat Wesley ja seinen Exo-Spezies-Test mit Bravour bestanden. Ich sag nur, Saldana haben Schwimmhäute zwischen den Fingern. Und wenn die einen anschimpfen, dann muss man zurückschimpfen. Das wusste Wesley ganz genau. Und jetzt ist Wesley auf einmal völlig ahnungslos, was die Spezies von seinem alten Kumpel angeht. Und das passt nicht zusammen. Nee, das passt nicht. Das passt nicht zum Drehbuch. Das, was uns die Folge hier sagen will. Einfach. Deswegen hat man Wesleys Wissen mal ein wenig geopfert. Ja. Damit die Botschaft, Sebastian, damit die Botschaft hier besser rüberkommt. Was das wieder kostet. Was das wieder kostet, Simon. Jetzt kommst du schon wieder mit der teuren Botschaft an. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Also Abo hast du jetzt abgeschlossen, kommt. Die Botschaft und Kündigung ist alle drei Jahre bevor. Ach nee. Sechs Monate vorher. Okay. So verlängert sich das wieder um drei Jahre. Aber ja, was mich auch freut, O'Brien ist nach wie vor da, ja. Darf auch ein bisschen was sagen. Nicht so viel wie bei seinem letzten großen Auftritt in der vergangenen Woche. Aber er ist da und beobachtet das Ganze auch so. Vielleicht leicht amüsiert. Er zeigt es nicht. Denn der Menden, der spricht ja dann auch direkt den Riker an. Ja. Und sagt, Mensch, ich freue mich hier an Bord zu sein. Ich möchte zeigen, wie toll ich bin und wie ich euch helfen kann. Und da findet der Riker ja schon irgendwie ganz komisch. Und das ist auch so leicht genervt, ne. Ja, der ist ja auch ein bisschen größenwahnsinnig, der Menden, ja. Der denkt ja jetzt, dass er auf die Enterprise kommt und alles auf einmal super wird. Weil jetzt ist ja der Spezi da, der Menden, ne. Und Bill guckt genervt, rollt mit den Augen und er guckt den Miles an. Und Miles schaut amüsiert zurück. Die beiden sind einfach fantastisch. Also das ist, man spürt in dieser Szene, wie die sich da angucken, eine tiefere Männerfreundschaft, von der ich gewünscht hätte, wir hätten davon mal mehr gesehen irgendwie, die beiden zusammen. Hätte gut gepasst, ja, die beiden, ja. Hätten auch genug Gegensätze gehabt, damit das auch spannend bleibt, ne. Aber ja, dieser Blick ist halt wirklich so, wer ist das denn für einer? Ja, aber Riker muss direkt weg, der wird von Picard, wird der gerufen. Und Sebastian, da kommt ja auch so eine Szene, ja. Unerwartet sei einfach, was da jetzt passiert. Ja. Die stehen in einem komplett schwarzen Zimmer. Ob das das Holodeck ist? Ich weiß es nicht. Das kriegen wir nicht so richtig verraten. Das könnte schon sein. Wahrscheinlich, ja. Denke ich schon, ja. Und die stehen auf so einer Scheibe und dann fliegen um sie herum ganz viele bunte Lichter, wie so Irrlichter, ja, und auf die feuern sie mit ihren Phasern. Also die beiden machen Schießübungen. Das ist nicht so, dass du irgendwie dich in so eine Range stellst und dann ballerst du mit dem Phaser in so einen Zettel rein von so einem Gorn und dann kommt der nach vorne gefahren und dann siehst du, wo du dich geschossen hast. Das läuft ein bisschen anders im 24. Jahrhundert. Ja, krass, ne. Also so richtig so, sieht spaßig aus tatsächlich, ne. Also hab ich mir gedacht, würde ich auch mal gerne ausprobieren. Die stehen auch in so einer ganz komischen Pose, stehen sie da, ne. So die eine Hand so ausgestreckt so nach rechts oder nach links hier und dann halt mit dem Phaser schießen sie da mit rechts und so. Sieht gut aus und die beiden unterhalten sich dabei und schauen sie aber nicht an. Also sie sind natürlich die ganze Zeit, gucken sie ganz aufmerksam nach den Irrlichtern. Und das ist eine Szene, die ist ganz interessant, finde ich, ne. Die symbolisiert auch so eine, ja, so eine interessante Vertrautheit wieder zwischen PK und Riker, ne. Die mögen sich, die mögen, wie sie da stehen und die nutzen halt das Training, um mal ein bisschen zu quatschen. Und sie verstehen sich ja auch, denn der PK fragt den Riker ja, sag mal, was hältst du eigentlich von diesem Offiziers-Austausch-Programm? Ja, das ist so eine loaded question, die der da stellt, denn er sagt ja, ja, hm, das könnte die Enterprise ja auch mal dran teilnehmen und ein klingonisches Schiff ist auch in der Nähe und da hat noch keinen Sternenflotten-Offizier auf einem solchen. Wir haben noch nicht gesagt, glaube ich, der Mendon kommt über dieses Austausch-Programm an Bord. Wir haben nur gesagt, der kommt an Bord. Da habe ich nachher noch eine Frage an dich. Muss ich mir, halte ich mal zurück. Ja, warum ist der bei der Sternenflotte und ist ein Austausch-Offizier? Ja, komm. Ja, genau, klären wir das gleich. Warum hat der so eine Uniform auch an, wie alle anderen? Ja, warum hat der eine Sternenflotte-Uniform an? Und warum ist bei denen, was ist er? Benzite. Ja, warum ist bei denen irgendwie alles anders? Aber das können wir dann auch nachher noch besprechen. Ja. Warum gibt es so ein Benzitenschiff? Ja. Nee, also, ja. Ja. Ja, also sie ballern da jetzt rum und dann kommt der Vorschlag vom PK hier. Irgendwer könnte doch mal auf ein klingonisches Schiff gehen. Und Simon, der PK will doch in dem Moment schon, dass der Bill sagt, ja, das mache ich. Da habe ich Bock drauf. Das ist so, das ist ihm so serviert. Absolut. Und der Bill, der grinst ja auch schon so ein bisschen, weil er genau weiß, was der PK da will. Und weil er auch genau weiß, dass der PK den Riker gut genug kennt, ja, um zu wissen, dass so jemand wie der Bill, dass der da auch Bock drauf hat, ja. Und Riker sagt, naja, ich könnte das ja machen. Und PK fragt ihn, naja, warum willst du das denn machen? Und Riker sagt, ne, so wie er ist, so draufgängerisch, ja, neugierig, halt ein dufter Typ irgendwie, sagt, hat noch keiner vor mir gemacht. Und der PK sei alle klar gebongt, ist geritzt, werde ich so in die Wege leiten. Und Simon feuert mit seinem Phaser noch einmal so halb über die Kamera oder in die Kamera auch fast schon. Und das ist ein interessantes Teaser-Ende, denn dann werden wir in den Vorspann entlassen. Und Simon, ist dir an dem Teaser etwas aufgefallen? Nein. Ich musste ihn auch zweimal gucken, um dahinter zu kommen, weil ich habe erst gedacht, da war was und ich muss das nochmal bestätigen. Und dann habe ich nochmal geguckt, es gibt keine Musik. Ah, okay, im kompletten Teaser nicht. Ja, und der wirkt auch so, so gleich am Anfang, wo die auf der Brücke losgehen, wirkt das alles so ernst und so geschäftlich und so. Und dann kommt die Szene im Transporter und dann wird es ein bisschen lockerer bei dieser Ballerei. Und ich weiß nicht genau, warum sie es ohne Musik gemacht haben, aber es hat eine interessante Wirkung auf jeden Fall. Denn danach kommt umso mehr Musik die ganze Folge über. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist, weil normalerweise entscheidet ja ein Regisseur am Ende des Tages, welche Szenen mit Musik unterlegt werden und welche nicht. Und das wird er schon bewusst gemacht haben. Also vielleicht sollte das auch so wirken, keine Ahnung, vielleicht war es auch so eine Vorliebe von ihm. Rob Bowman ist hier der Regisseur, den haben wir ja auch öfter am Start. Vielleicht hat er einfach Bock, das mal so auszuprobieren. Ja, junger Typ, frisch geschieden. Nee, wirklich, der war frisch geschieden hier. Der hatte unglaublich viel Zeit auch, sich um Dinge zu kümmern und war dann lieber auf dem Set, als irgendwo zu Hause alleine rumzusitzen. Kann man ja auch irgendwie verstehen. Ja, verständlich dann. Und er hat in Interviews über diese Folge hinterher gesagt, dass er unfassbar lange einfach mit Frakes zusammengesessen und sich Dinge ausgedacht hat. Und da hat er sich ganz viel Überstunden für genommen, eben aufgrund seiner persönlichen Situation. Ja, es ist so ein Frakes, Frakes, der auch nicht als Riker ein cooler Typ ist, zumindest so wie ich das aus der Ferne und ganz kurzen Begegnungen beurteilen kann. Ja, kann man schon vorstellen, dass der Frakes auch absichtlich mit ihm da gesessen hat, um ihm auch so ein bisschen zu helfen dabei. Ja, nach dem Teaser wird Riker von dem Worf ein wenig gebrieft. Wir wissen schon, er kommt auf die USS Pach. Heißt die USS? Nee, die heißt bestimmt IKS. IKS, ja. IKS Pach, USS doch nicht. IKS Pach. Und der Worf erklärt ihm jetzt erst mal, wie es da an Bord zugeht. Also die Klingonen haben schon ein bisschen andere Sitten. Ja, auf der Pach oder überhaupt auf klingonischen Schiffen, Pach ist auch das, es verwirrt mich jedes Mal, das ist auch das Bajoranische Wort für Seele. Deine Paar, dein Paar, dein Paar. Im Korridor erzählt dann der Worf, hör mal, nee, anders, Bill will wissen, sag mal, muss ich bei Bedarf wirklich meinen Klingonen-Käpt'n da auf der Pach, muss ich den umbringen, wenn es soweit kommt? Und Worf sagt, ja, also wenn der irgendwie Schwäche zeigt und nicht mehr weiter weiß, dann ist es deine Pflicht, ihm einen ehrenhaften Abgang zukommen zu lassen. Und deine Untergebenen, die werden es ihm übrigens gleich tun. Also achte mal auf den zweiten Offizier, was der so tut. Also man bekommt gleich, boah, ja, eigentlich ein ganz gutes Bild schon davon, wie funktioniert denn das bei den Klingonen? Richtig, ja. Und man denkt sich auch dabei so, Mensch, der Worf, wie der sich, wie anders der doch ist, ne? Also wie anders der doch ist bei den Klingonen oder wie sehr er sich unter Kontrolle halten muss. Das wird dann später ja auch nochmal so ein bisschen thematisiert, dass die Klingonen ja eigentlich ganz anders sind als Worf. Ja, läuft halt alles anders bei den Klingonen, ne? Der Mendoch ist mittlerweile Mendoch. Mendoch. Mordon. Mordon. Mendoch. Mendoch. Der Mendoch steht tatsächlich auf Mendoch und ich nenne, ich weiß nicht, ob ich den jetzt, wenn ich das merken kann, dass er Mendoch heißt. Ist egal. Ne, unten steht wieder Mendoch. Alles gut. Mendoch ist auf der Enterprise unterwegs. Auch hier möchte ich nochmal die Maske lobend erwähnen. Die finde ich richtig gut. Das sieht auch in HD nicht schrecklich aus. Ja, also man muss wieder sagen, sehr gut, Herr Westmore, was sie da gemacht haben. Und der ist auch schon auf der Brücke tatsächlich und beobachtet, wie die alle so performen, ja. Und dann kommt er gleich mit guten Ratschlägen um die Ecke, Sebastian. Gerade eben eine Stunde an Bord, eine Stunde im Team und er sagt, hör mal, das kannst du doch alles viel besser machen. Und auch vor allen Dingen in den Arbeitsbereichen anderer Leute sagt er das. Ja, er hat ja selbst eigentlich da hinten seine Scanner-Station. Aber er scharwenzelt darum und erzählt anderen Leuten, wie sie ihre Arbeit besser machen sollen, anstatt sich um seine eigene zu kümmern. Und Simon, von dieser Art Kollegen habe ich auch zwei. Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt. Wenn du mal ein paar Jahre irgendwie dabei bist und das machst, es gibt dann diesen Kollegen, den dir dann alles erklären will. Ich meine, ist ja auch ein bisschen Eigeninitiative irgendwie, ne, das möchte man ja nicht gleich zerstören. Ist ja super, wenn irgendwer gute Vorschläge macht. Aber man muss da natürlich ein gutes Maß finden, sich das Ganze vielleicht erst mal eine Weile angucken, ja. Und diese Vorschläge dann auch in einem Setting äußern, wo man den anderen gerade nicht nervt, weil der halt seinen Kram einfach fertig machen will. Das kann der Mendon überhaupt nicht, ne? Ja, und was man auch nicht tun sollte, ist, wenn einem nämlich dann die eigene Arbeit ein bisschen wegläuft bei diesem Gehabe, dass man dann, wenn es in die Hose geht, es auf andere Leute schiebt. Kenne ich auch. Kenne ich auch. Ich merke, es arbeitet gerade in dir. Ja, ja, ja. Auf Untergebene auch noch, ich spreche nicht von meiner Abteilung, dass man dann sagt, ja, das hat aber der und der Scheiße gemacht, ne, von meinen Leuten. Und das macht man nicht als Vorgesetzter, das macht man nicht als Kollege, das macht man verdammter Axt einfach mal nicht. Entschuldigung, jetzt ist es, es musste mal raus. Ist okay, kann ich verstehen. Ich habe sicherlich auch mal Situationen gehabt, die mich in dem Maß auch geärgert haben. Aber gut, er macht sich jedenfalls nicht beliebt, das kann man mal wirklich sagen. So, wissen Mendon, OO und die Enterprise Crew, was da noch alles passiert. Währenddessen ist der Riker ja auf. Eine Frage habe ich noch, Simon, entschuldige, bitte. Gerne. Der geht ja auch zum Wesley und sagt, so und so, könntest du das besser machen? Und Wesley sagt, ja, dann geh doch mal zu Picard, der schenkt seinen Untergebenen gerne Gehör. Ja, und dann sagt Mendon, das mache ich aber mal, dann werden ja die Dinge hier bald perfekt sein. Simon, lässt Wesley hier Mendon bewusst ins Messer laufen, weil er so arschig gerade drauf ist? Oder was läuft da? Weiß ich nicht. Also, genauso unklug ist es ja auch, das kriegen wir ja später gezeigt, wenn jemand in der Abteilung irgendwie anfängt und dann zum Chef, also zum Oberchef, nicht zu seinem direkten Vorgesetzten, sondern zum Oberchef marschiert und sagt, wie er das da alles machen würde. Das kommt ja in den seltensten Fällen gut an, und zwar bei beiden, ja, beim Oberchef und beim Vorgesetzten. Richtig. Und die Gründe muss man, glaube ich, auch nicht erläutern. Es sei denn, es gibt total flache Hierarchien, das ist aber auf der Enterprise nicht so. Und ja, keine Ahnung, ob der Wesley ihm da bewusst ist, aber das glaube ich nicht. Also, ich sehe in Wesley keinen Funken an Bösartigkeit oder Hinterlistig, Hinterlist sehe ich einfach nicht in dem Charakter. Der ist viel zu nett. Ja, natürlich, aber der Move, ein bisschen wirkt der Move so. Ja, kann sein, ja. Ja, aber jetzt schalten wir mal schön nach Ten Forward, du wolltest es ja gerade schon machen, und da sitzt unser Billhelm mit Meeresfrüchten, Hühnerfüßen und Pansen und allem möglichen Scheiß. Leber, meine ich, ganz warm, ja. Ja. Also, ein Fest der Innereien und der Meeresfrüchte tatsächlich, ja. Oktopus, wir haben alles da. Und der futtert ja auch, ne. Also, wir wissen, oder wir, die Szene zeigt uns, Klingonen, die speisen etwas anders als der menschliche Starfleet-Offizier. Und der Riker, der akklimatisiert sich jetzt ja schon mal so richtig, ne. Und scheint ihm auch gar nicht so, fand er gar nicht so schlimm, ne. Ich meine, in Conspiracy hat er noch, wir erinnern uns, kein Problem mit Mehlwürmern gehabt. Hier futtert er auch irgendwie so schleimige Würmer, kein Ding irgendwie. Ja, oh, der beißt da richtig rein, dass man denkt, der Zahnarzt hat Freude einfach. Der Frakes hat auch einen unglaublichen Spaß dabei, wie der sich da drüber hermacht. Du siehst das, der hat unter seinen bärtigen Backen, hat da einfach Freude ohne Ende. Aber nicht nur er hat Spaß, sondern auch der Foley-Artist, der Geräuschmacher, der jedes Mal, wenn der Riker irgendwo reinbeißt, legt er da so ein fettes Kruh drunter. Das ist super. Das ist einfach nur super. Ich finde das auch total super, ja. Pulaski kommt dazu, ne. Und die sagt so, äh, ja, ne. Ansonsten sagt die, glaube ich, nicht viel, oder? Ja, sie sagt, du hast aber einen Appetit. Und sie guckt so halb belustigt und halb angeekelt, weil sie hätte keinen Bock darauf, das zu essen. Wahrscheinlich nicht, ne. Auch Picard kommt dazu. Ja. Und schaut sich das Ganze so an. Der Riker reicht ihm nach seiner Ankunft auch so eine Art Tee-Glas rüber, wo irgendwie so Zeug drin ist. Ja, so ein verunglückter Mai-Tai oder was immer das noch sein soll. Und der Picard, der riecht da nur dran, sagt, oh, nee. Und dann kommt noch eine Portion. Also das ist ja der ganze, dieser Mini-Tisch da in Szenen vorne, der ist ja komplett überladen. Ja, und dann kommt ja der Kellner und bringt noch mehr. Ja, ja. Der völlige Exzess überhaupt. Ich frag mich, was sie mit dem Rest machen. Das isst ja doch im Leben nicht alles auf. Ob sie den wegschmeißen oder wieder zur Energie machen oder ob sie den zu Worf ins Quartier bringen. In so Tupperdosen drin, ne. Steht drauf, Montag, Dienstag, Dienstag und so. Ja, genau. Ja, nee. Schön in der Mittagspause kann er sich das da reinpfeifen dann. Ja, also der Will, man merkt es, der will jetzt richtig, ich habe ihn Will genannt und nicht Bill, hast du gemerkt? Der will jetzt nämlich richtig in dieser Kultur baden, ja. Der denkt sich, ich bereite mich jetzt richtig gut vor. Ich mache meine Hausaufgaben. Und zwar nicht nur, indem ich irgendwie den Worf frage, wie läuft denn das mit dem Käpt'n, den ich vielleicht umbringen muss, sondern auch so mondäne Sachen einfach wie das Essen. So ist das nämlich. Finde ich gut. Also wenn, ganz oder gar nicht. Und dass er da auch sich gewissenhaft vorbereitet, weil nichts anderes ist das ja, ne. Also der Breite zieht sich tatsächlich drauf vor, der weiß, alles klar, wenn ich da jetzt eine Woche mit denen mitfliege oder keine Ahnung, wie lange das ursprünglich geplant war, dann muss ich mich wohl besser dran gewöhnen, dass ich da auch mit esse und mich integriere tatsächlich, ne, in diese Gemeinschaft. So, und das macht er. Und wie gesagt, scheint er gar nicht so schlimm zu sein. Ja, der Worf Sebastian, der, äh, äh. Der Worf Sebastian. Der Worf Sebastian, der gibt dem Simon Riker. Nein, Quatsch. Ja, also Essen ist zu Ende. Es gibt auch etwas, das habe ich noch vergessen, der PK sagt, es gibt so anscheinend so einen Brauch, ja, eines großen Fressens, bevor man irgendwie das Schiff verlässt. Habe ich das richtig verstanden? Finde ich gut. So eine Henkers-Mahlzeit quasi. Finde ich super. Sollte viel mehr Bräuche gehen, äh, die darauf hinauslaufen, dass man unglaublich viele Dinge aufessen muss. Finde ich, das finde ich fantastisch einfach. Ich glaube, da gibt es zum Beispiel ganz viele Bräuche, Sebastian. Ja, das stimmt. Ich habe aber auch noch eine Frage an dich, Simon PK. Lässt mal so kurz fallen. Wir wissen noch so unglaublich wenig über die Klingonen. Und das stimmt ja tatsächlich. Aber irgendwie will man das kaum glauben. Ja, wir kennen Klingonen schon sehr lange. Ein zeitlich, also in der, in der Star Trek Timeline, haben wir auch schon groß mit den Frieden geschlossen und haben auch mehr über die schon gesehen. In der Ausstrahlungsreihenfolge natürlich noch nicht. Das kommt ja alles noch. Also so Star Trek VI beispielsweise, der sich ja viel um die klingonische Kultur auch dreht. Der kommt ja noch. Den hat der PK ja noch nicht gesehen. Das stimmt. Aber das wirkt auf mich auch so, denn es kommen ja ganz, ganz viele Next Generation Episoden, die tief in die klingonische Kultur eindringen. Das wirkt auf mich so, als wäre die Enterprise D das erste Föderationsschiff, das sich mal das vornimmt zu tun. Und das heißt ja, dass wir schon 60, 70, 80 Jahre Frieden hatten, ohne dass man sich mal mit der Kultur auseinandergesetzt hat. Und jetzt fängt man mal langsam an, da Schritte zu machen. Das finde ich ein wenig komisch. Ja, schon. Man würde ja denken, Mensch, es gibt doch auch bestimmt sowas wie Botschaften. Ja, Klingonische Botschaft und so weiter. Und dass man da halt auch Handel treibt und sich allein deswegen näher kommt. Man ist ja nicht mehr im Krieg. Und dann vermischen sich ja so Kulturen einfach. Ist hier schon mal noch nicht passiert. Also offensichtlich sind die Klingonen noch sehr zurückhaltend, was das angeht. Und Worf selbst, der ist ja großgezogen worden von Menschen. Menschen, der hat ja auch nicht so den Einblick. Der kennt das ja auch nur aus irgendwelchen Büchern oder so. Also von daher, das mal so live zu sehen, scheint man schon, dass ich das sehe noch nicht so wirklich Erfahrung zu haben. Von daher ist okay, dass Picard das sagt. Aber ja, es ist eigentlich seltsam. Jeder Soziologe würde sich hier fragen, hä, kann ja gar nicht sein. Der Worf gibt dem Riker ja noch was mit, ne? So ein Blitzdings. Ja, gut, dass er dabei sagt, dass es ein Nottransponder ist. Sonst könnte man ja auch denken. Hier, wenn der einsam ist. Ja, genau. Also das ist ein Nottransponder. Nicht das, was Sie schon wieder denken. Mein lieber Herr Gesangsvereffizier. Ja, schöner Wortwechsel dann doch. Also das ist so ein Ding, da drückt dann der Bill drauf und dann gibt es ein Signal an die Enterprise, Hilfe, hol mich hier raus. Mehr macht das Ding nicht. Und Bill sagt noch, Gefühle, Lieutenant Worf. Und die Antwort ist, Effizienz, Commander. Schön. Schon, ja. Auch so ein humorvoller Austausch eigentlich. Also Worf mit seinem trockenen Humor irgendwie. Also man sieht ja auch, Worf ist echt wirklich gut integriert so in die Sternenflotte. Manchmal hat er noch seine Aggressionsanwandlung, das haben wir ja mal gesehen. Aber eigentlich ist er ja total integriert. Ja, er ist sehr integriert, aber er steht auch immer unter Hochspannung, ne? Und du merkst auch, wenn er so über die klingonischen Bräuche erzählt, die er irgendwo gelesen hat und jetzt kann er sie mal dem Riker erzählen, dann merkst du, der findet das irgendwie geil und sehnt sich auch selbst danach ein bisschen so womöglich zu leben. Ja, klar. Das wird ja später auch noch thematisiert, ne? Ja, wie der Weg des Kriegers ist. Richtig, ja. Aber er macht doch hier immer sein Training im Holodeck. Weißt du, mit dem Skeletor da und so. Ja, aber dann kommen mal die Klingonen auf die Enterprise und dann sagen die, ach ja, du bist ja so ein verweichlichtes Wolfskind, irgendwie unter anderen Leuten aufgewachsen. Wir nehmen dich nicht so richtig ernst. Und das ist schon irgendwie hart für Worf, ne? Auf jeden Fall. Und nicht zu der anderen Welt zu gehören. Absolut. Und wir werden noch ausführlich darüber sprechen, Sebastian. Ja, ja, ja. Natürlich. Das ist keine Worf-Folge tatsächlich. Obwohl es eine Klingonen-Folge ist, ja. Ist eine Klingonen-Folge. Wäre lustig, wenn Worf der Ausforsch-Offizier wäre. Jetzt hat er da sein Zäpfchen irgendwie und in Wirklichkeit ist das ein Notsender. Also den der Bill in seinem Schuh versteckt. Und was ich auch lustig finde irgendwie. Und im Notfall kann er diesen Sender halt auslösen und dann kann man ihn irgendwie orten. Ja. So, das ist eigentlich alles. Jetzt sind wir auf der Brücke, Sebastian. Und jetzt kommen die Klingonen auch langsam mal an. Ja. Die Pach nähert sich. Und nach dem dritten Kinofilm ist das das erste Mal, dass wir wieder einen Bird of Prey sehen. Also ein eher kleineres Schiff, wo vielleicht ein Dutzend oder ein bisschen mehr Leute drauf sind. Und ich weiß gar nicht, ob sie die Spezialeffekte recycelt haben aus dem dritten Film. Ich glaube nein. Aber auf jeden Fall das Modell, was natürlich toll aussieht, weil es ein sehr detailliertes Modell ist, was sie für die große Leinwand gebaut haben. Und jetzt im Fernsehen wirkt es natürlich umso schöner. Es ist ein bisschen was anderes als Okonas Frachter, ehrlich gesagt. Das ist richtig, ja. Und es meldet sich gleich Captain Cargan. Captain Cargan, ja. Und da gibt es auch gleich einen relativ frostigen Austausch. Der sagt dann immer, ach, das ist manchmal ist auch, der PK ist manchmal auch so dieser verpeilte Bildungsbürger, der einfach mit seinem sonnigen Intellekt an alles rangeht. Ach, Captain Cargan. Jetzt bekommen sie aber, Mensch, meinen wunderbaren ersten Offizier hier, den werde ich Ihnen jetzt mal schenken. Und dann sagt er auch, ja, das wird sich noch zeigen, ob der so wunderbar ist. Schönen Dank auch. Ich bilde mir lieber meine eigene Meinung. Das ist, ich liebe, dass PK manchmal so weltfremd einfach ist. Das ist doch sehr schön. Ja, schon, die Antwort von Cargan ist eigentlich auch ziemlich gut, ne? Weil, was weiß er denn jetzt, was er da für Material rübergebeamt bekommt. Also von daher ist okay. Also man ist nicht zu herzlich, aber jetzt ist der Deal gemacht. Der Miles darf dem Bill noch alles Gute wünschen und dann beamt er auch rüber. Ja, und O'Brien sagt auch was, was auch so schön O'Brien-mäßig ist. Viel Spaß da drüben. Ich würde das nicht machen wollen. Das hat den Motto, nee, dafür werde ich nicht bezahlt. Weißt du? Ja. Währenddessen geht auf der Brücke der Enterprise eine kleine Fede los. Ja, der Mendon meint nämlich, als er das Ganze da so anhört, die Klingonen sind aber wenig gastfreundlich. Und Worf, der ja gar keine Geduld mit so Schaumschlägern hat, sagt dann auch, das geht dich hier gar nichts an, jetzt kümmere dich mal schön um deine Station. Und Simon, das nimmt der Mendon ja wörtlich. Denn jetzt kümmert er sich um seine Station und sagt leider nichts mehr. Und was stellt er da fest? Ja, das ist ganz interessant gemacht, ne? Weil normalerweise bekommen wir ja immer erzählt, was da auf diesen Monitoren so passiert. Der Enterprise, ne? Da wird dann immer groß drüber geredet. Hier musste tatsächlich mal dieser Monitor die Geschichte erzählen, ja? Und zwar sieht man, wie der Mendon da irgendwie eine Analyse macht. Und dann leuchtet so ein Teil von den Klingonen, leuchtet so rot auf. Und dann macht er da nochmal eine Analyse. Weißt du, so ein Teil von dem Schiff leuchtet rot auf. Und dann macht es piep, piep, piep. Und dann steht da, oh, eine Lebensform. Und was ist das für eine Lebensform? Ja, kann man nicht genau sagen. In Conclusive heißt es dann, ne? Also irgendwas ist da. Und normalerweise, wenn das so ein Data gesehen hätte, oder einen Wesley, oder einen Geordi, dann würden die sagen, Captain, ich habe hier eine unidentifizierte Lebensform. Wollen wir uns das nicht mal ansehen? Aber der Mendon hält mal schön die Fresse. Weil er nämlich auch aus einer anderen Kultur kommt. Das bekommen wir nachher erklärt. Und da sagt man das nicht einfach sofort, was einem vor die Füße fällt in solchen Situationen. Es ist auch nicht nur über diese Erzählung, über den Monitor eine schöne Szene. Ich finde, dass es auch extrem toll ist, dass wir die ganzen Vorgänge überhaupt aus der Perspektive von Mendon sehen. Denn dann sagt auch noch der PK, ja, ich gehe jetzt mal in mein Büro und Data übernehmen sie den Captain's Chair. Und das ist ja eine ziemliche Standardszene eigentlich. Aber wir sehen das nicht so, wie wir das sonst sehen, so von vorne, sondern so von hinten über diese Reling drüber. Und da ist der Rob Bowman. Ich muss ihn mal echt dafür loben, dass der eine gute Inszenierung dafür gewählt hat, dass man versteht, wo hält sich der Mendon auf und wie fühlt er sich gerade, wenn er das Ganze da vorne so beobachtet. Also ist so eine Distanz dazwischen auch natürlich. Richtig. Das passt gut zum Skript einfach. Also zu dem, was diese Szene uns über Mendon auch sagen will. Auch wirkt die Brücke durch diese Perspektive größer. Also die Abstände sind viel größer zwischen den einzelnen Objekten oder Menschen auf der Bühne. Und das ist ja, genau, da ist ja auch ein gewisser Abstand zwischen Mendon und seinen Kollegen da aktuell. Und das ist wirklich sehr schön, ja. Das funktioniert einfach. Super inszeniert, muss man auch sagen. Muss man auch mal wirklich loben. Das ist auch ein bisschen was anderes als diese Standard-Inszenierung von vorne immer. Vom Viewscreen aus. Wie geht's weiter, Sebastian? Ich glaub, der Mendon, der will dann direkt auch den Picard noch mal kennenlernen, oder? Ja, auch. Die nächste Szene ist jetzt aber erst mal auf der Pach. Und dort spielt das Klingonen-Thema von Ron Jones mal wieder im Hintergrund, das wir schon in mehreren Folgen hören durften. Und so ein Empfangskomitee-Klingone nimmt den William T. Riker in Empfang. Entschuldigung. Und der beäugt ihn auch. Total neugierig, denn er hat noch nie einen Menschen gesehen. Genau, ich hab noch nie einen Menschen gesehen. Ich muss aber auch sagen, dass der Klingone ihn respektvoll behandelt. Ja, es ist überhaupt nie aggressiv oder sowas. Und ja, einschätzend abwarten. Oh, wir haben jetzt Menschen an Bord hier und ich kenne keine Menschen. Und es ist also nicht so diese aggressive Standardbegrüßung, die man von so einem Klingonen erwarten würde. Also dem Riker schlägt jetzt nicht als erstes Feindseligkeit entgegen. Das kann man nicht sagen. Nee, das stimmt. Das ist so ein Beschnuppern ein bisschen, ne? Schön ist, wir sehen das Innere des klingonischen Schiffs. Also diese typischen, kennen wir natürlich schon aus den Filmen, wie das aussieht. Aber es ist immer mal wieder gut, das so zu sehen, dass es auch völlig anders ist als das gemütliche Design, das die Föderation so hat. Das ist ja eher die Stahlfabrik, durch die man da marschiert. Alles schon so ein bisschen rostig auch. Rostig, rot, Metall, nix verkleidet und was weiß ich. Und der Riker wird jetzt auf die Brücke gebracht. Und da lernt er den Kargan kennen. Das ist der Käpt'n. Der sitzt da wieder auf diesem thronartigen Käpt'nsessel in der Mitte. Und dann lernt er auch gleich einen zweiten Charakter kennen, nämlich den Lieutenant Clark. Und wer das Gesicht sieht, Sebastian, der sagt, Mensch, das kenne ich doch, ne? Die Fresse kommt mir doch bekannt vor. Und das ist ja auch ein ganz bekannter Gast in vielen Serien. Also ich habe den das erste Mal ganz bewusst gesehen. Was glaubst du, wo ich ihn das erste Mal bewusst gesehen habe, Simon? Und dachte, die Fresse... Ex-Falls? Ja, ja, ja. Ex-Falls, genau. Das haben wir gedacht. Der außerirdische Kopfgeldjäger, der hat einfach ein Gesicht. Und ohne Brian Thompson jetzt zu nahe treten zu wollen, der ist einfach bullig. Und der hat auch einen bulligen Kopf. Ja, das ist super. Der Kopf sieht so aus, als wäre mal irgendwie so ein kleiner Gnom in seinem Mundraum gewesen und hätte mit so einer Faust so nach vorne gehauen. Und alles ist so ein bisschen nach vorne gerutscht. Ja? So sieht das aus, so. Gebt Brian Thompson ein. Ich mache das jetzt mal. Und dann gucken wir in die Bildersuche. Und dann seht ihr da ganz viele Bilder von dem. Und dann wisst ihr sofort, ach, der ist das stimmt. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Bei Brian Thompson muss ich immer an die Galileo 7-3-Convention in Hagen denken. Da war ich auch, ja. Da saß er auf der Bühne und hatte eine durchzechte Feiernacht hinter sich und hatte dann frühmorgens sein Panel, wo er den Fans Rede und Antwort gestanden hat. Und dann, und er saß da auf so einem Stuhl und dann stellte ihm ein Fan eine Frage und das war eine unglaublich ausschweifende Frage, ja. Also bla bla bla, er kam von Pontius nach Pilatus und mitten in der Frage ist er so mit seinem Kopf abgerutscht und so dumm auf das Mikrofon drauf. So ganz bewusst. So nach dem Motto, Entschuldigung, ich bin gerade mal weggenickt. Lustiger, netter Zeitgenosse, der Brian Thompson, muss ich mal sagen. Ja, also ich weiß gar nichts über den, wie der sonst so ist. Aber ja, also wirklich ein Gesicht, das man kennt. Und weil er halt eben so aussieht, wie er aussieht, ist er halt hauptsächlich auch immer ein Bösewicht gewesen, ja. Und als Zingone passt er auch super. Und der ist halt derjenige, von dem die Aggression hier ausgeht, ne. Also erst mal wird Riker ja so ein bisschen eingenordert. Und wo liegt deine Loyalität, fragt der Käpt'n ihn. Enterprise oder Pach? Man ist ja jetzt hier auch unterwegs auf friedlicher Mission, aber das kann sich ja schnell mal ändern. Also sag mir doch mal, wenn wir kämpfen hinterher, wo du dann stehst. Und dann sagt er, ja, natürlich stehe ich jetzt auf eurer Seite. Und das glaubt Klag einfach nicht. Und es ist auch das einzige Mal, glaube ich, dass wir in Next Generation Untertitel sehen. Denn er sagt es auf Klingonisch. Das haben wir ganz selten mal, dass wir in den Serien Untertiteln sehen. Ich weiß nicht, höchstens noch mal bei Enterprise, könnte ich mir vorstellen. Bin mir aber nicht sicher. Stimmt, ja. Ja, aber er lässt es ja nicht dabei sein. Er sagt dem Riker das ja auch ins Gesicht. Also er geht da direkt hin zu ihm und sagt, hör mal, ich glaube, du hast hier überhaupt nichts zu melden. Ich akzeptiere dich nicht. Und ich werde mich dir nicht unterordnen. Weil, das muss mir der Autor dazu sagen, Riker behält ja seinen Rang. Nämlich den eines ersten Offiziers. Das ist auch hier bei den Klingonen. Er ist also derjenige unter dem Käpt'n. Das will der Klerk überhaupt nicht. Und der Käpt'n, der ist fein raus. Der sagt ihm, ja, überlasse ich dir, wie du damit umgehst. Das ist natürlich auch so eine Art Test, den wir hier sehen. Und Sebastian ist ja klar, wie der Riker jetzt damit umgehen muss. Ja, der macht so ein Billow-Manöver, täuscht so an, dass er weggeht. Und dann ... Ältestes Trick der Welt. Ja, ja. Und dann gibt es so richtig vor die Zähne. Da muss ich auch sagen, das hätte Clegg kommen sehen können und auch müssen. Und dann gibt es so eine richtig handfeste Rauferei, die ich jedes Mal, wenn ich sie sehe, fantastisch finde. Und auch gerade zum Ende hin stark finde, weil der Riker, der packt den dann so am Kragen und am Gürtel oder so. Und der steckt den mit der Rübe in so einen Monitor rein, der dann auch noch unter Funkensprühen explodiert. Wahnsinn. Ja, krasse Szene einfach. So ein Mischung aus Bud Spencer und Jiu-Jitsu und so ein Wrestling-Match. Funktioniert einfach richtig gut, vor allen Dingen aufgrund des Effekts. Da habe ich auch sehr gefeiert. Also gegen dieses Ding und dann gibt es da die Funken und so was. Und das ist ja genau das Richtige, was er gemacht hat. Wenn Klingone dich nicht akzeptierst, dann musst du dir diesen Respekt erkämpfen. Klingonen sind wie dieser Schulhof-Bulli einfach, ja. Der dich so lange nervt, bis du ausrastest, ihn so baks, ja, und ihm schön ein paar Mal in die Fresse aus. Und ... Und das funktioniert. Und der Klark unterwirft sich auch direkt da auf, ne? Er sagt, alles klar, ich akzeptiere dich jetzt. Denn, ähm, ich muss ja sagen, Simon, ich hätte auch keinen Bock, da mitzumachen, wo du gerade so sagtest, hier der Schulhof-Bulli und so. Man muss genau so ... Schlimm. ... damit umgehen. Ich wäre auf Miles O'Briens Seite und hätte gesagt, viel Glück, ich hätte keinen Bock darauf, auf einem klingonischen Schiff unterwegs zu sein. Das wäre nicht mein Traum. Nee. Mir geht es ja genauso. Mir geht es ja genauso. Nur das ist halt einfach dieses Bild, was wir so kennen und oft gehört haben. Ich meine, das hätte ja auch ins Auge gehen können. Ja, klar. Der Klug hätte auch irgendwie ... Oder der Klark. Klug? Klark? Manfred Klarkmann. Der Klark hätte ja auch so ein Messer aus seiner Hose ziehen können und dann wäre es richtig. Oder auch einfach stärker sein und dann macht er einmal so ... Bei dem Riker, ne? Der Riker ist halt fit, weißt du? Da wird halt richtig trainiert und bei den Klingonen, die klopfen halt scheinbar nur Sprüche. Ja, fit. Der hat doch immer Rücken, hat er doch. Auch am Ende, ich greife vor, aber am Ende der Folge, Simon, da ging der ja so schief wie noch nie. Ja, das kommt bestimmt von diesem Kampf. Ja, okay. Naja, der Kagen erinnert den Riker noch, aber hör mal, dein Chef bin ich. Und ja, guter erster Eindruck, würde ich sagen. Da, ne? Also geht gleich rund bei den Klingonen. Währenddessen schalten wir wieder zurück auf die Enterprise. Auf der Enterprise hat man jetzt mal den bakteriellen Befall gemessen auf der Hülle, den man auch schon ... Den auch nur Mendon schon auf der Pach gemessen hat. Und da guckt man sich das mal an. Das sieht so ein bisschen aus wie grüner Schimmel. Und das verdoppelt sich jede Viertelstunde so. Und dann lässt Mendon die Bombe platzen, indem er sagt, ja, das hatte die Pach doch auch. Ja, wieder haben wir diese schöne Perspektive von Mendon, der auf die Brücke guckt und dann macht der Data was, dann musste ich lachen. Der sitzt nämlich in diesem Riker-Stuhl. Ja? Und der dreht ihn dann so nach links hinten. Und das haben wir noch nie gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, dass der Sessel das kann. Ich dachte, du kannst mit dem Sessel irgendwie nur so ein bisschen nach links und dann nach oben gucken. Aber er dreht sich ja komplett um und guckt so stocksteif und auch sehr überrascht. Guckt er so nach oben zum Ende, so nach dem Motto, bitte was? Come again? Come again? Ja, das ist jetzt natürlich ein dickes Ei. Ja, allerdings Ei der Daus, hätte Herr Schnabel jetzt gesagt. Ja, genau. Ja, und dann sagt er ja, aber ich habe doch keine Lösung dafür gehabt und für Benziden ist es völlig normal, wenn die Analyse noch nicht fertig ist und man nicht genau weiß, was man da vor sich hat und wenn man auch keine Lösungen dafür hat, dass man dann einfach die Klappe hält. Also in dieser Folge lernen wir nicht nur sehr, sehr viel über die klingonische Seele und wie die so funktionieren, sondern auch ein ganz klein bisschen über die Benziden, die wir danach nur noch ein, zwei, dreimal wiedersehen, aber egal, wir lernen ein bisschen was über sie. Richtig. Die müssen erst mal eine Lösung haben, bevor sie ein Problem präsentieren. Ich will keine Probleme, ich will Lösungen. So sind die Benziden halt drauf. Das ist ein Erfolg aus Managern. Genau. Aus Bullshit-Managern. Ja, Sebastian. Und jetzt noch mal das, was wir am Anfang schon angeschnitten haben. Wir wissen, dass Benziden ja durchaus bei Starfleet arbeiten können. Wir haben einen gesehen hier, seinen Kumpel, der da vom selben Acker kommt. Der war da, irgendwie sowas. Und er hat eine Offiziersuniform an. Also eine Uniform an. Er hat so dieses Starfleet-Symbol. Er kommt ja nicht in seinem Benziden-Einteil leider an. Was viel besser gewesen wäre. Ja, was diese Fragen halt, da hätte ich mir die Fragen nicht gestellt. Denn wir erfahren irgendwie, Benziden sind völlig anders als die Föderationsmitglieder. Und auf den Schiffen geht es ganz anders zu. Also er kann nicht zur Föderation gehören. Der steckt doch auch nur in dieser Uniform, damit Wesley am Anfang da diese Verwechslung haben darf. Glaube ich auch. Total bescheuert. Einzige Gründe. Also es ist echt komisch. Aber gut, wir müssen uns das so erklären, dass der halt einfach nicht bei Starfleet ist, sondern auf einem anderen Schiff dient. Und man sieht dann mal eigene Militär, eigenes Militärschammer. Und da ist das halt eben so. Und der Picard, der ist eigentlich kurz davor, so ein bisschen auch zu explodieren. Hält sich noch so ein bisschen zurück und sagt, mein lieber Freund, das ist nicht deine Entscheidung, ob du irgendwas weitererzählst, was dir auffällt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das ist meine Entscheidung und deswegen erzählst du mir bitte Sachen. Und hier machen wir die Dinge fein nach Enterprise-Art. Und jetzt untersuchst du mal schön, wie ist die Gefahr für uns, für unser Schiff und wie ist die Gefahr für die Pacht. Denn die hatte das ja auch. Da könnte sie ja jetzt auch hoch hergehen. Und dann ist Mandon ein bisschen in seine Schranken gerückt. Und genau. Aber wir haben, ich habe irgendwie das Gefühl, mein lieber Simon, dass ich dich vorhin über eine Szene drüber geschleust habe. Und zwar die Szene, wo der Mandon den Picard anspricht. Ja. Die muss doch davor gewesen sein, oder? Die war auch davor, ja. Ich habe sie kurz angesprochen. Das war doch das, wo er gesagt hat, hier, das kam doch kurz, nachdem der Picard in seinen Ready-Room abgedampft ist. Das kam kurz darauf irgendwie. Da kam er da wieder raus. Jedenfalls Mandon und Picard unterhalten sich kurz. Die haben so einen kurzen Austausch. Ja, richtig. Da ist es, genau. Ich habe einfach meine Notizen komplett verdreht. Ja, ja. Entschuldigung, ja. Das fand ich nämlich noch so eine schöne Szene, weil die baut ja jetzt diese Sauerheit auf von dem Jean, wo der sagt, da kommen diese Verbesserungsvorschläge und der Picard guckt, den Blick kenne ich auch von der Firma. Ja. Der guckt nämlich so, wie wenn einem Chef von jemandem aufgelauert wird, der gute Vorschläge hat. So. Ihr könnt leider das nicht sehen, aber ja. Ja. Und dann, einerseits hat er mit dem Picard dann schon ein bisschen verschissen, weil er sagt ja, hör mal, wir haben hier eine Kommandokette. Bitte wende dich an Worf. Und dann hat er auch, das hätten wir dem mal besser erklären sollen. Und dann ist auch das Verhältnis zwischen Mandon und Worf ja noch angespannter, weil er sagt, jetzt darfst du mich mal hier beeindrucken zukünftig. Ja. Entschuldigung, dass ich noch mal in der Folge zurückgespult habe, aufgrund meiner Verwirrtheit. Nee, das ist aber völlig richtig, dass du sagst, ne, also auch das hat er irgendwie falsch gemacht, hat da Worf übersprungen, weil that's the way to go. Du gehst eigentlich erst mal zu deinem Teamleiter und sagst, pass mal auf, ich hab hier ein paar Ideen, nur wenn der dich halt komplett ignoriert oder für dumm verkauft, dann gehst du halt zu dem, seinem Chef. So läuft das Leben nun mal, ja, in so hierarchischen Strukturen, weil alles andere sorgt einfach nur für Stress und Ärger. Aber das kann der nicht, der Benzite, die haben halt offensichtlich da eine völlig andere, ja, die haben flache Hierarchien, wie man so sagt, ne, also da kannst du mit jedem reden irgendwie. Ja. Und keiner ist danach sauer. So. Ja. Aber dann passieren andere Dinge und dann sind wir wieder da, wo wir gerade aufgehört haben, nämlich, dass der, ähm, dass der Menson, Menson, ja, wie heißt der nochmal? Mendon, Simon, Mendon. Der Mendon, genau. Oh, ja, der Mendon ist Mitglied bei der Menson. Kennst du das? Da kommen nur ganz intelligente Benziten. kommen da hin. Der Mendon, der Mendon, der hätte das ja auch, das hätte noch gepasst, wenn der Mendon das gesagt hätte. Ich bin übrigens Mitglied bei Mendon. Ja, aber wie ist das jetzt? PK sagt ihm, ja, er weist ihn halt zurecht, weil er das nicht gesagt hat, aber jetzt soll er mal weitermachen und soll das analysieren. Und dann kommt wieder, direkt auch danach, dieser, der neujährige PK kommt dann da sofort raus. Und er sagt, Freunde, wir haben hier eine neue Lebensform. Ist das nicht geil? Sagt er nicht, aber so ein bisschen, das ist doch spannend. Also jetzt kommen, gebt Gas, aber gleichzeitig machen die irgendwie unsere Schiffe auch kaputt. Also komm jetzt, auf geht's. Ab jetzt ist Mendon natürlich komplett eingenordet und macht Dinge so, wie man sie auf der Enterprise machen wird. Also seine kulturelle Anpassung, die dauert nur so eine halbe Folge etwa. Ja. Apropos kulturelle Anpassung, Simon, wir gehen ja jetzt in die Kantine. Richtig. Das große Fressen beginnt und jetzt damit auch gleichzeitig eine der schönsten Szenen überhaupt, finde ich, in der zweiten Staffel TNG. Der Weicher ist zu Tisch mit seinen neuen Genossen, mit seinen neuen Kameraden. Und da wird natürlich richtig zugelangt. Ja, also wir haben jetzt nochmal dieses ganze Essen. Das ist wahrscheinlich das, was wir aus 10 vorne da jetzt auf ein bisschen martialischere Platten gekippt haben, ne, und schüsseln. Und da wird jetzt richtig zugelangt. Und jetzt beginnt der, ja, der kulturelle Austausch. Wie so oft beim Essen, Sebastian. Ja, finde ich auch richtig gut, dass es beim Essen passiert hier. Es geht damit los, dass Riker von ein paar Klingonischen, von ein paar Klingonischen, von ein paar Klingoninnen angestarrt wird. Ja, die sind auch Klingonisch. Und die gucken dann so, hm? Und Riker, bemerkt das schon, ist aber in so einem Modus, wo er ein bisschen übereifrig ist. Er will nämlich jetzt zeigen, ich gehöre zu euch. Ich weiß, wie Sachen bei euch laufen, indem er dann alles Essen, was da jetzt so steht, einfach mal korrekt benennt. Also irgendwie so ein Blutkuchen und anderes Zeug irgendwie. Und dann kommt der, der klagt, der sich ja mittlerweile tatsächlich so ein bisschen mit ihm angefreundet hat, kann man sagen. Der serviert ihm dann auch Gach. Ja, und Gach, das sind ja diese Regenwürmer, die irgendwie noch leben. Sie sehen hier so ein bisschen anders aus, als die, die wir später dann sehen. Da sieht es ja wirklich dann aus wie Regenwürmer. Wahrscheinlich sind es auch Regenwürmer. Hier ist das noch irgendwie so anders dekoriert. Das ist doch so eine spezielle Variante davon. Aber irgendwas lebt da drin. Das sieht eher aus wie gebratene Nudeln beim Chinesen. Finde ich, was er jetzt hier kriegt. Wo sie einen Motor reingesetzt haben, damit die so ein bisschen arbeiten. Ja, es lebt natürlich und das verwirrt auch den Bill. Er sagt, was ist das denn hier? Und dann meint der Klack, ja, so schmeckt es halt am besten, wenn es sich ein bisschen bewegt. Und wenn dir das zu hart ist, dann kann dich ja eine von unseren Frauen jetzt zur Brust nehmen und dich säugen. und dann geht das große, nicht nur das große Fressen los, sondern das große Gelächter geht los. Ja, genau. Also zotiger, derber Humor ist den Klingonen eigen, kann man sagen. Auch die beiden Frauen, die den Riker so mustern, da geht es halt auch dann darum, du bist nicht besonders attraktiv, sagt die eine, aber ich schnapp mich dir trotzdem. Und dann sagt der Klack irgendwie, glaubst du, du schaffst das mit so einer Klingonin? Er sagt, also wieso, eine oder gleich beide? Und ah! Man hat hier den gleichen Humor, man versteht sich, Riker adaptiert einfach, ja, auf seine Umgebung und kann deswegen Spaß haben. Aber, Sebastian, er guckt auch so ein bisschen erschrocken an, wenn er so denkt, oh, hoffentlich meinen die das nicht ernst, die beiden. Nehme ich nach Hause und dann, na. Da kommt nämlich noch so ein Ich-Komm-und-Hol-Dich-Nachher-Blick von der einen, ne? Du kommst in den Schwyzkasten, dann wollen wir mal weitersehen, was du dann sagst, Freundchen. Ja, das ist wahr. Ja, aber es ist so schön, Simon, dass wir hier das Volk der Klingonen sehen, indem wir die einfach mal beim normalen Leben sehen, wie sie da die Witze reißen, wie sie am Essen sind. Und das hat man uns bisher einfach vorenthalten bei fremden Völkern. Sogar in der Urserie bei den Vulkaniern, die wir ja da einigermaßen gut kennenlernen durften, haben wir die nie in Privatsituationen gesehen. Und das ist eine gute Entscheidung und eine große Leistung auch. Ein großer Schritt. Das wird ja später bei Star Trek, sehen wir, was machen die Ferengi in der Freizeit, was macht der und der in der Freizeit und die Karassianer beispielsweise auch. Aber jetzt ist es das erste Mal, dass wir das einfach sehen. Was macht eine fremde Spezies nach Feierabend? Ja, und sie kommen dabei auch jetzt nicht, sage ich mal, völlig übertrieben rüber in der Szene, sondern ja, du siehst halt, okay, die sind ein bisschen derbe, so, ja, die haben nicht so die besten Manieren, aber sind dabei jetzt auch nicht feindselig oder übertrieben oder sonst irgendwas, sondern einfach, so sind halt normale Klingonen. Und das ist tatsächlich eine coole Szene einfach, die auch sehr, das muss man auch sagen, sehr unterhaltsam einfach ist. Es ist unterhaltsam inszeniert, was wir da alles sehen. Der Riker macht auch echt viel, guckt viel, isst auch wieder und so, ne? Einfach eine gute Stimmung da am Tisch. Und jetzt geht ja wieder diese Vorurteilskiste hier los, ne? Denn der Clark fragt den Riker, sag mal, bist du eigentlich ein typischer Mensch? Ich dachte, die wären ganz anders, ne? Ich hab eigentlich was völlig anderes erwartet, ja? Und jetzt bist du hier und bist eigentlich, ja, ein cooler Typ, so, ja? Passt hier gut rein. Und Riker sagt dann ja auch, ja, ich hab auch was ganz anderes erwartet. Und das ist interessant, ne? Weil er sagt, ihr seid ja voll lustig hier, ne? Ihr seid ja, habt ja voll den Humor und seid gut drauf und so. Und er sagt zwar nicht, aber ja, wenn du dir Worf daneben anguckst, neben diesen Klingonen, dann ist das ja ein völlig anderer Typ. Und das macht Worf auch schon so früh zu einem interessanten Charakter, finde ich einfach, ja? Also man sieht, der Klingone an sich, der ist wie so ein, ja, wie so ein Biker-Rocker, der schon so ein bisschen lustig angetrunken ist und dann da einen rummacht. Und Worf ist immer ultra diszipliniert und ultra ernst und wie so ein Fels steht er da und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Und dass die zum gleichen Volk gehören und dass Worf eben nicht auch so ein, so ein Polterkopp ist, das macht ihn zu einem interessanten Charakter und das macht auch die Klingonen sofort vielschichtiger, weil du merkst, es gibt einfach unterschiedliche Typen, auch bei denen. Genau. Und das passt ja auch in dieses Vorurteils, so ein bisschen Rassismus, diesen Überbau, den wir hier haben, ja, wo es um diese Themen halt auch ein bisschen geht oder sogar recht viel geht, ne? Passt das da ganz gut rein? Ja, es gibt da auch tatsächlich unterschiedliche Persönlichkeiten einer gleichen Spezies, ja? Und das wird ja später noch zum Beispiel mit so einem Charakter wie Alexander noch viel weiter getrieben, ja, bei den Klingonen. Also von daher, und das ist, aber das muss ich auch sagen, das ist hier natürlich auch sehr simpel erzählt, ja? Also das ist ja auch schon wieder hier Methode Holzhammer, dann für mich, ne? Also habt bitte, habt doch bitte keine Verurteile. Ja. Ihr müsst jeden einzeln betrachten. Ja, das kommt dann so ein bisschen so oberlehrerhaft auch rüber hier in dieser Folge. Aber das will ich hier jetzt nicht angreifen, denn es gibt Menschen heutzutage, die müssen sich auch mal diese Folge wieder ansehen. Das auf jeden Fall, ja, ja. Und wir kriegen es ja jetzt auch nicht so krass dargestellt, dass man jetzt gesagt bekommt, Klack ist eine Schneeflocke, ja? Und keine Schneeflocke gleicht der anderen. Das kriegen wir ja jetzt auch nicht gesagt, ja? Also das ist schon irgendwie auch eine eingeschworene Truppe, die wir dann da sehen bei den Klingonen. Aber jetzt ist die Freundschaft auf einmal an so einem Punkt angekommen oder der Abend ist schon besonders spät, dass man anfängt, über sehr, sehr, sehr persönliche Dinge zu erzählen. Und dann wird nämlich die Geschichte der Eltern ausgepackt. Genau, und da hat der Klack ja was Krasses zu erzählen, ne? Der steht dann auf vom Tisch und guckt so sinnierend an der Kamera vorbei und sagt, mein Vater, der wurde gefangen genommen von den Romulanern und es wurde ihm verwehrt zu sterben. Und jetzt ist er auf Kronos, ja, und hat keine Ehre und wartet nur auf seinen Tod. Die Welt ist noch namenlos, sei nur mal eingeworfen. Klark aber lehnt jeglichen Kontakt ab mit dem Vater. Er sagt, ja, der ist für mich tot und ein Klingonen ist seine Ehre, seine Arbeit und Familie ist nicht so viel wert. Und das empört den Riker sehr, denn er sagt, das ist doch schließlich dein Vater. Ja, aber so sind Klingonen nicht. Und ja, gut, da merken wir jetzt halt, wie Menschen ticken, wie Klingonen ticken, dass da ganz andere Werte zugrunde liegen. Ich finde zwei Sachen hier ein wenig störend, ehrlich gesagt, Simon. Und da würde ich dich mal gerne fragen, was du da für ein Held. Die erste Sache ist, dass dann es gleich heißen muss, na ja, ich wusste ja gestern auch noch nicht, wie man Gach ist. Und vielleicht lernt ihr ja jetzt auch, wie man sich vernünftig in einer Familie verhält. Ja, da kommt gleich so dieser missionarische Charakter aus Riker heraus. Und das sollte er einfach mal sein lassen. Das ist ja dem Klack seine Sache. Ja, stimmt. Stimmt, das ist tatsächlich ein bisschen ärgerlich an der Stelle hier. Was auch ärgerlich ist, ist dieser Vergleich. Ja, klar kann ich mal Heuschrecken essen. Aber das ist was völlig anderes, als so kulturell fest verankerte Verhaltensweisen zu ändern, die jeder macht. Das passt halt einfach überhaupt nicht, dieser Vergleich. Und das ist jetzt auch die Stelle, genau die Stelle, wo die Folge halt dann auch so ein bisschen dümmlich naiv wird. Ja, bis dahin geht es noch. Und bis dahin ist es eigentlich auch gut. Und ja, Menschen können irgendwie, oder das sind ja keine Menschen, sondern Spezies. Die können auch anders sein, obwohl sie zur selben Spezies gehören. Das ist eine gute Message. Aber jetzt will man irgendwie nur einen draufgeben, so, und das ist jetzt gar nicht gebraucht. Ist richtig. Einfach nur die Völkerverständigung und Punkt. Ja. Wir sind unterschiedlich und sehen das und akzeptieren das einfach mal. Und akzeptieren auch und sagen, ja gut, bei euch laufen Dinge halt in gewisser Weise auch ein bisschen anders. Ja, und wir werden das hier bestimmt nicht mal eben so ändern, über einen Abendessen. Eben. Und jetzt, Simon, ist das Zweite, was mich komplett fertig macht, wie fucking scheinheilig der Riker hier an diesem Moment ist. In ein paar Episoden werden wir nämlich feststellen, Riker hat mit seinem eigenen Vater, Beef, hat den seit 15 Jahren nicht gesehen und hat den Kontakt abgebrochen. Und jetzt sitzt er da und erzählt dem Klack da einen davon, wie er mit seinem Vater umzugehen hat. Natürlich ist die Folge The Icarus Factor noch nicht gelaufen. Aber wenn man Next Generation als Ganzes betrachtet oder die zweite Staffel allein nur betrachtet, dann ist das ein unschöner Beigeschmack, den ich hier habe. Vielleicht erkennt der Riker sich ja jetzt wieder in dem Klack irgendwie und redet da eigentlich über sich. Möchte das nicht akzeptieren, dass es so ist. Gibt ja auch Leute, die, weiß ich nicht, so Closet-Homosexuelle, die halt total krass gegen Homosexuelle sind. Ja, gibt's ja auch. Also von daher, vielleicht ist das ja sowas in der Richtung. Ja, also Scheinheiligkeit gehört natürlich dazu. Mein Gott. Und auch Riker ist nicht ohne Fehler. Das ist ja ganz klar. Ja. Insbesondere Bill ist nicht ohne Fehler. Will vielleicht. Will vielleicht. Aber Bill nicht. Und Bill, er ist nun mal Bill und nicht Will. Ja, nee. Also, was für eine Szene. Nun geht's aber zurück auf die Enterprise. Und Mendon hat jetzt mal ein Analyseergebnis fertig. Denn die Bakterien auf der Außenhülle, die fressen gewisse Komponenten. Die finden die besonders lecker. Und das ist bei der Enterprise schon so halbschlimm. Und bei der Pach ist das besonders schlimm. Denn deren Außenhülle, die besteht aus besonders vielen leckeren Komponenten. Da wird besonders viel gefressen. Richtig. Scheiße, wir müssen den Klingonen Bescheid sagen. Die wissen da vielleicht gar nichts von. Die sind aber jetzt im Feben-System irgendwo. Und wir können die nicht anfunken. Wir müssen da schnell hinfliegen. So. Aber auch die Klingonen haben das ja mittlerweile gemerkt. Riker wird auf die Brücke zitiert. Und der Käpt'n zeigt ihm besagtes Loch bei den Klingonen. Das ist schon so richtig ausgefressen. Ja, Lochfraß. Lochfraß, genau. Kargen sagt, gut, dass da ein Bereich war, wo plötzlich der Druckabfall irgendwie nicht schlimm war. Aber achte drauf, wir können das nicht reparieren. Können wir einfach nicht. Und in wenigen Stunden ist ja alles im Arsch. Und jetzt wird natürlich gerätselt, was ist denn da passiert. Meteorit kann es nicht sein. Und die Enterprise, die war ja das letzte Schiff, mit denen hatten wir Kontakt. Und siehe da, die haben auch minutenlang irgendeinen seltsamen Strahl auf die befallene Stelle gerichtet. Na, schönen Dank auch Mendon, der du da deinen Intensivscan durchgeführt hast und keinem was gesagt hast. Jetzt haben wir nämlich den Salat. Denn für Kargan, der ein sehr dümmlicher Käpt'n ist, steht jetzt fest, das ist ein feiges Attentat der Föderation. Ja, die Frage, die sich da natürlich sofort stellt, ist, ja toll, und warum ist Riker dann an Bord? Wird später auch nochmal ein bisschen drüber gesprochen. Aber, ja, der Kargen denkt sich jetzt, ja, das war Absicht, ne. Und auch hier wieder so, na langsam wird es dann doch ein bisschen unangenehm. Kommt jetzt so dieses Schild, wird hochgehalten, ja. Das kommt davon, wenn man nicht ehrlich ist. Und sich nicht auf dein Gegenüber einlässt und sich nicht anpasst. Ja, dann geht es alles tief. Und, ja, das ist dann auch so, ach, Leute, wirklich, ne. Ja, aber es ist halt so, wie es ist, und der Kargen möchte jetzt gern die Enterprise vernichten. So sieht's mal aus. Frage, Simon, wie wackelig ist dieser Friedensvertrag eigentlich? Oder hat man bei Klingonen mit sowas immer zu rechnen? Also, da sieht man ein kleines Ding und sofort hat man das Gefühl, hier wird der Ketomer-Akkord, wird gecancelt und alle auf sie mit Gebrüll. Was ist denn das? Ich glaube nicht, dass man mit sowas immer zu rechnen hat bei Klingonen. Ja, Klingonen, ja, mögen Krieg und gehen auch sehr aggressiv zu Werke. Aber es sind ja doch auch Politiker, ja, unter ihnen. Und, ja, unter normalen Umständen würde der Kargen sicherlich nicht die Enterprise angreifen, ohne sich vorher das Okay geholt zu haben von irgendwen. Aber kann natürlich sein, dass der Kargen sich denkt, ja gut, wir haben ja hier irgendwie den Beweis, oder ich glaube, dass das so ist, wir sind in der Attacke, deswegen ist das irgendwie Notwehr und dann ist es am Ende ein hässlicher, diplomatischer Zwischenfall, ja, aber nicht unbedingt ein neuer Krieg. Ja. Aber es ist einiges Quatsch, dass er sofort so, gerade so ein Käpt'n würde ja nicht, auch ein klingonischer Käpt'n würde nicht so aggressiv reagieren. Ich glaube, der Kargen ist auch einmal zu oft in irgendwelche Monitore gesteckt worden von seinen Leuten, so wie der Dings vorhin, wie heißt der nochmal, Clark, so. Also der ist für mich jetzt die größte Schwachstelle an der ganzen, an dem Ganzen, was jetzt kommt, denn der ist so, ja, alles klar, da ist jetzt hier, der große Krieg muss ausbrechen, die Föderationen, die machen sonst was und ich lasse mich da durch nix von abbringen. Finde ich, ist ein bisschen arg konstruiert, dass du da diesen Widersacher auf einmal dann da einbaust, in Form des Käpt'ns. Der hätte auch einfach mal sagen können, ja, warte, lass mal gucken oder so, das ist, der ist, denn vor allen Dingen, weil alle um ihn herum, die ganzen anderen Klingonen, auch der taktische Offizier und der Clark, die wirken ja besonnener in dieser Situation. Ja, richtig, ja, genau. Es ist ja nicht so, als wenn die alle jetzt sagen würden, ja, die Enterprise macht sie alle Platz. Überhaupt nicht, ne, überhaupt nicht. Das ist so wie die, wie die Küche von Georges Perrier, kennst du den? Dieser Koch, der das Le Becfant hatte, so ein französisches Restaurant in Philadelphia, der immer rumgebrüllt hat in der Küche wie sonst irgendwas und alle haben nichts gesagt. Genau so ein Gefühl ist das, ja. Das sind die anderen Köche, die sich denken, ach, jetzt der Alte wieder mit seinem Rumgebrülle hier, ja, aber wir sagen bisher nichts. Ist das der mit dem Idiot-Sandwich-Meme? Ja, das kann sein, ja. Der, wo er, eine der anderen Köchin oder so, wo er, der so Brot links und rechts gegen den Kopf fällt und brüllt, was bist du? Und sie muss antworten, ein Idioten-Sandwich. Ja, es gibt eine super Doku, King George, weiß die, gibt's auf Netflix, fantastisch, kann ich jedem empfehlen, wo es um den geht und seine letzten Tage im Le Becfant. Ja, anderes Thema, ja, auf der Enterprise, ja, Wesley, natürlich immer interessiert an jungen Aliens. Der mag seine Benziten einfach, ne? Der mag die einfach, wenn die so aussehen wie der Menden, hat er gute Erfahrungen mitgemacht, also geht er da hin und quatscht den ein bisschen voll. Hör mal, du kanntest hier die Abläufe nicht, Fehler machen wir alle, mach dir keine Vorwürfe und sowas halt, ne? Und Mendon ist dann auch davon wieder kulturell verwirrt, indem er sagt, warum bist du jetzt hier so nett zu mir? Aber Wesley meint, du sahst halt so aus, als könntest du einen Freund gebrauchen. Und dann kommt nochmal das, was du, glaube ich, wieder mit Lattenzaun betiteln würdest. Dann kommt nochmal, ja, aber ob ich jemals lernen kann, wie es hier läuft bei euch und... Aber Mendon, darf Wesley dann sagen, genau für solche wichtigen Lernprozesse ist das Austauschprogramm doch erfunden worden. Ah, guck mal, haben wir was gelernt wieder, ja? Das ist, ja, es ist schon eine schöne Szene. Es baut so ein bisschen auf die Freundschaft auf, die Wesley mit dem Mordog hatte, aber es ist auch, es erholt auch den moralischen, es packt den sehr aus gerade. Absolut. Und das ist dann auch wieder Wesley, der auch da echt ein bisschen nervig rüberkommt. Aber ja, der Monsun, der hat eine Depression aktuell, ne? So ein bisschen, ja? Ich glaube, der hätte komplett versagt bei ihm. Und der Wesley holt ihn jetzt so ein bisschen wieder zurück vielleicht. Und ja, lern aus deinen Fehlern und spread the message. Ja, und jetzt, glaube ich, isoliert der Monsun da auch diese ganzen Mikroorganismen. Der fixt doch jetzt das Problem irgendwie, oder? Jetzt geht es ständig hin und her zwischen der Pach und der Enterprise. Denn der Wesley findet jetzt, ich sage schon der Wesley, der Mendon findet jetzt raus. Die Bakterien können mit einem getunnelten Neutrinostrahl entfernt werden. Und man muss die Klingonen anfunken. Und parallel dazu sehen wir die ganze Zeit auf der Pach, wie dann der Riker, jetzt guck du mal, was hier los ist. Aber wir haben ein Auge auf dich. Und dann wird halt darüber diskutiert, ja, wo Rikers Loyalität steht. Und welcher Eid für ihn denn nun zählt. Ja, also hin und her, ne? Enterprise ist in 15 Minuten da. Kagan weiß schon, dass sie kommen und will sie abballern. So, jetzt verrat mir doch mal hier die Geheimnisse der Enterprise, ja? Wie können wir die irgendwie platt machen? Wie können wir die fertig machen? Riker, ne? Also eigentlich auch in dieser ganzen bedrohlichen Situation ein weiterer Test von Kagan. Wie er den Riker da testet. Was sagt der jetzt wohl? Ja. Und was sagt der Riker? Wie löst er das Problem? Ich habe einen Eid dir gegenüber. Ich habe aber auch einen Eid dem Picard gegenüber. Den kann ich nicht brechen. Ich werde bleiben und ich werde zur Not mit euch als Klingone sterben, ja? Aber die Enterprise, die verrate ich nicht. Richtige Antwort. Richtig. Findet der Kagan gut? Ja, sagt er jetzt zugesagt, dass du deinen alten Schwur da mit der Enterprise verraten würdest, hätte ich dich sofort hier kalt gemacht, ja? So passt das alles. Du wirst als Klingone oder mit uns sterben. Ja. Die Enterprise ist da. Zeit für einen Logbuch-Eintrag. Kein Problem. Die Zeit haben wir noch. Die Zeit haben wir noch. Wir gehen davon aus, dass die Klingonen, also man geht halt schon davon aus, dass die Klingonen sich verstecken, ne? Also der Data sagt das irgendwie. Wir haben hier keine Trümmer. Ja, das wäre die andere Möglichkeit gewesen. Das Schiff ist schon zerstört worden. Aber wir haben hier keine Trümmer. Und deswegen sind die bestimmt getarnt und antworten einfach nicht. Und auf der Brücke des Klingonen-Schiffs, der Bach, da spitzt sich die Lage jetzt zu, Sebastian. Denn die bringen ihre vollen Waffen jetzt alles auf Angriff, alles, der rote Alarm der Enterprise wird auch noch argwöhnisch ausgelegt, ja? Und Riker kann immer nur sagen, die feuern nicht. Die wollen euch nichts. Mensch, jetzt hört er mal zu. Die wollen aber nein. Kagan ist druff und sagt, nee, wir machen jetzt hier, wir schalten jetzt hier die Phaser an. Was ich auch besonders finde, Klingonen haben eigentlich Disruptoren und keine Phaser. Aber nein, er sagt, wir schalten hier die Phaser an. Und in diesem Moment sieht Riker seinen einzigen und letzten Ausweg in einer List. Genau, in einer List. Und zwar hat er ja jetzt, also die Enterprise, die Situation ist, die Enterprise nähert sich. Kagan will die kaputtballern, ne? Und wenn er nichts tut, dann wird das auch so passieren. Aber wir haben ja noch dieses elektronische Zäpfchen. Und das zieht der Riker wie so ein Checker aus seinem Schuh jetzt, ja? Dass er dabei nicht teuflisch grinst, ist auch alles, ja? Und macht die Kappe ab davon und klick, macht das an. Was ist das? Ja, was ist das? Es ist natürlich der Notpeilsender. Ist ja eigentlich ein ganz guter Plan, weil der Riker davon ausgehen musste fast, dass der Kagan sagt, zeig mal, gib mal her. Und dann wird ja der Kagan, wir haben es vorhin gehört, wird irgendwann mal dann rübergebiemt, weil das, so funktioniert so ein Notpeilsender. Oder aber der Kagan interessiert sich dafür in Scheißdreck und lässt es beim Riker. Dann wird halt der Riker rübergebeamt, der dann sagt, Leute, macht mal Warp 9 und haut ab, ja? Die Pach hat Unschönes mit uns vor. Also so oder so, eigentlich eine ganz gute Idee, die er da hat. Und es kommt natürlich so, dass der Kargan das Ding in der Hand hat, auf der Brücke der Enterprise, das ist Rikers Signal, beamt ihn hier direkt auf die Brücke, sagt der PK noch, auch so ein bisschen, ja, ein bisschen komisch, beamt ihn direkt auf die Brücke, weil im Drehbuch müssen wir jetzt diese Konfrontation haben, gleich mit dem klingonischen Käpt'n, obwohl PK das ja gar nicht weiß. Beamt ihn direkt auf die Brücke und das wird auch gemacht. Nur wird Riker natürlich, Riker materialisiert nicht, sondern eben der klingonische Käpt'n, ja? Das alte Schlitzohr, Bill Riker, hat den sowas von verarscht, das gibt's überhaupt nicht. Ja, schön aber finde ich, dass er das getan hat, was er vorher mit Warp abgesprochen hat. Er hat den Käpt'n ehrenvoll aus dem Verkehr gezogen, er hat ihn nicht umgebracht, sondern er hat genau das getan. Er hat zugesehen, dass der Käpt'n, der sich verrannt hat, der nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist, dass der einfach nicht da ist. Und er hat ihn eben nicht auf klingonische Art entfernt, indem er ihnen die Kehle durchgeritzt hat, sondern Kulturaustausch. Er zeigt den Klingonen, wie kann man sowas machen, ohne den anderen umzubringen? Wie würden wir Menschen das machen? Da finde ich eigentlich diesen Clou, diese List am Ende, ja, die unterstreicht nochmal so schön die Message, die teure Botschaft diese Woche, Simon. Ja, das stimmt. Der Käpt'n materialisiert, sagt, ach, dieser Riker hat keine Ehre, dreht sich um, will noch ein bisschen rumballern, aber das hat Warp natürlich schon längst antizipiert, schießt ihn um, ja, mit einem Phaser. Ist der jetzt eigentlich totgeweiht, der Kargen? Der ist ja gefangen genommen worden quasi. Nee, also am Ende macht es auf mich den Eindruck so, als würden sie den zurückgeben. Und dann ist da so ein bisschen Schwamm drüber, weil, ach ja, die Klingonen sind ja dann manchmal auch einfach so ein bisschen, die biegen sich das dann ja auch zurecht, wie wir später mal feststellen. Ich glaube, der Kargen biegt sich das dann zurecht. Das glaube ich auch, ja. Der Riker ist jetzt aber natürlich Käpt'n. Klar, ne, Käpt'n ist weg. Riker sagt, ich übernehme hier das Kommando, enttarnt euch sofort. Trifft doch so ein bisschen wie Gegenwehr, so, was, wir sollen uns enttarnen? Nein, macht das. Ihr müsst mir glauben, das ist das Richtige, was wir hier machen. Dann werden wir halt als Klingonen sterben. Ja, das ist so dieses Totschlag-Argument, das man eigentlich immer bringen kann, wenn man irgendwas hört. Macht doch, macht doch, dann sind wir keine Fallklinge, dann sterben wir einfach als Klingonen. Ja, alles klar, zack, aus, Enterprise materialisiert, Riker taucht auf dem Viewscreen auf. Und jetzt, Sebastian, spielt er ja diesen Kulturaustausch noch weiter, weil Riker weiß ganz genau, wie Klingonen funktionieren und er hilft ihnen jetzt dabei, dass sie, obwohl sie sich total blöd verhalten haben, in dieser ganzen Sache das Gesicht wahren können. Ja, ach guck mal, der Ausdruck Gesicht wahren steht bei mir genauso. Also, ja, natürlich. Ja, er gibt dich, Picard. Und Picard ist natürlich auch so, dass er sagt, ah ja, alles klar, die Klingonen, das müssen wir mal jetzt hier so lösen. Ja, ja, wir ergeben uns. Alles gut. Und wunderbar TNG-pazifistisch ist die Situation entschärft. Die Paar wird repariert, aber trotzdem darf der Bilhelm nochmal vor die Ommen bekommen, oder? Ja, natürlich, denn jetzt ist Kargan wieder zurück. Natürlich stinksauer, weil der genau weiß, dass er gerade extrem doof aussah, ja, in dieser ganzen Sache. Aber, wie du schon sagst, schwamm drüber, reden wir lieber nicht mehr drüber, sonst vergessen wir bitte alle, das ist jetzt nicht passiert hier. Geh wieder auf deinen Posten, sagt er dem Riker. Und dann steht der Riker da und macht das nicht. Stattdessen grummelt er und grunzt so. Fletzt so die Szene, ne? Das ist natürlich in so einer Subordination in dem Moment. Und dann darf der Kargan dem Riker so richtig einen in die Fresse hauen. Und das ist dann auch der Moment, wo der Kargan rehabilitiert ist und sich jetzt nicht unehrenhaft umbringen lassen muss, denn das hat der Riker ja auch kalkuliert. Komm, ich nehme jetzt hier noch einen fürs Team, ja, einmal gegen die Zähne schön und damit ist dann der Austausch auch beendet. Und das wirklich Wertvolle, was da ja entstanden ist, ist ja die Männerfreundschaft zwischen Klag und Riker, die jetzt auch nochmal betont wird am Ende, wo es von Bord geht. Klag hilft ihm hoch, soll ihn auch direkt wegbringen und sagt ihm dann noch, mein Lieber, du hast genau verstanden, wie wir ticken. Du hast genau verstanden, wie die Klingonen ticken. Und es ist ein bisschen schade, Sebastian, dass wir keinen Riker und Klag wiedersehen haben. Ja, das habe ich auch gedacht immer. Wie toll das wäre. Wie toll das wäre. Die beiden sind so ein Präzion oder sowas, ne? Die hätten sich da, glaube ich, super verstanden. Ja, komplett. So, alles gut. Riker wird wieder an Bord gebeamt, wird von PK in Empfang genommen. Riker sagt so, hat da noch was, hat so einen richtigen Pferdefuß im Gesicht, ja, und sagt dann aber noch, Mensch, das war, glaube ich, der kürzeste Austausch in der Geschichte der Föderation. Dann sagt der PK auch was, was auch wieder schön ist, weil er seinen Riker wieder zurück hat, ne? Hat sich aber angefühlt wie der Längste. Und Dukun hast du auch nicht gelernt. Und Dukun hast du auch nicht gelernt, ne? Ho, ho, ho. Ja, ja, ja. Gibt es auch noch zwischen Riker und Worf so ein, alle klar, haben wir gut gemacht. Riker ist weg, die Folge ist zu Ende. Und Sebastian von Mangkok, Monsun, Menson, Mordok, wie auch immer der jetzt heißt, sehen wir nichts mehr. Ja, der hat seine Lektion gelernt. Ja, Simon, letzte Woche habe ich mal mein Fazit wieder zuerst rausgehauen. Diese Woche würde es mich sehr interessieren, was du von A Matter of Honor hältst. Was halte ich von A Matter of Honor? Man muss die Folge ja wirklich auch in diese zwei Teile teilen, obwohl die natürlich ganz eng was miteinander zu tun haben, inhaltlich. Das ist einmal diese Story um den Menden und einmal die Story um Riker natürlich, diese Austauschgeschichte. Ich fange mal mit der guten Geschichte an. Ich fand das einfach toll, wie Riker da bei den Klingonen war. Ja, du hast völlig recht mit dem, was du gesagt hast. Diese Unterhaltung da in der Messe, wo man da beim Essen zusammensaß, die war am Ende des Tages dann doch überambitioniert. Mir ist schon irgendwie klar, was die dadurch sagen wollten. Ja, die wollten halt die Unterschiede irgendwie darstellen der Kulturen, aber auch die Gemeinsamkeiten. Ja, dass man da halt gemütlich sitzen kann und essen kann und einfach auch über tiefgreifende Dinge reden kann. Aber dieser Vergleich, der hat natürlich da völlig gehinkt und war auch total unpassend. Ja, aber gut, ein Satz. Ja, das ist halt ein Satz. Trotzdem ist das einfach toll gewesen. Endlich mal, wie du das so schön gesagt hast vorhin, die Klingonen mal so privat zu erleben, ja, und interagieren zu lassen mit dem Riker, der natürlich aber auch einen Ticken zu souverän ist. Ja, also der Riker, der hat die ganze Geschichte ja die ganze Zeit völlig im Griff, ne, also die Klingonen, der verarscht die Klingonen auch richtig, zumindest diesen Käpt'n. Trotzdem finde ich das super, wie er die Situation da auf dem Klingon, also wie er die Klingonen oder diesen klingonischen Käpt'n quasi mit seinen eigenen Waffen sozusagen schlägt, ja, also wie er das, wie er sich wirklich adaptiert, wie er die Kultur versteht, ja, und das Problem dann wirklich auf eine gewitzte Art und Weise löst. So, das hat mir sehr gut gefallen. Die Geschichte mit dem Menden, die fand ich tatsächlich verkürzt. Das war halt einfach irgendwie mal zu Ende dann, ja. Da hätte man durchaus mehr draus machen können, finde ich. Oder man hätte ihn einfach weglassen können und hätte sich konzentrieren können auf Riker, auf die Riker-Geschichte und hätte dann noch ein paar mehr Interaktionen, hätte ich einfach gerne gesehen, ja, mit Riker und den Klingonen. Und vielleicht sogar das angedrohte Tichtelmächtel mit diesen beiden weiblichen Klingonen, die ihn da bei euch haben. Das wäre auch sicherlich Comedy-Gold gewesen irgendwie. Trotzdem eine einfach spaßige Folge, ja, auch wenn der, wie gesagt, dieser Käpt'n ein bisschen zu dumm war, um Käpt'n zu sein auf einem, zu impulsiv war, um Käpt'n zu sein auf einem Klingonenkreuz, aber vielleicht, ja, weiß ich nicht, ist er ein paar Mal zu oft vor die Wand gelaufen. Mir hat die Folge großen Spaß gemacht. Ich gebe den Daumen nach oben. Ja. Simon, ist die Katze gesund, freut sich der Mensch, heißt es ja in der Werbung und ich habe auch heute mir so einen Spruch überlegt, dass ich sage, wenn der Frakes Bock hat, freut sich der Sebastian. Und der Frakes, der hatte diese Woche Bock, der wäre ja fast vor Glück zersprungen in jeder einzelnen Szene, in der man ihn sah. Und das ist einfach ansteckend, finde ich, wenn er so ist, wenn er, wenn er gute Laune hat und wenn er Spielfreude entwickelt. Und was du über den Kulturaustausch gesagt hast, dass das bei den Klingonen gut funktioniert hat und dass das bei den Mendon so ein bisschen, naja, so ein bisschen konstruiert war. Simon, das stimmt alles. Und ich habe auch schon viel über die Folge jetzt eigentlich im Laufe der Folge gesagt. Für mich bleibt unterm Strich, es ist ein toller Vorstoß in die klingonische Kultur, der seine Schwächen hat. Aber sowohl der Regisseur als auch der Hauptdarsteller in dieser Woche, als auch sein Pendant, der Klag auf der Pach, die waren einfach gut drauf. Die haben einfach gesagt, diese Woche machen wir eine gute Show. Diese Woche zeigen wir den Leuten mal, was unterhaltsame 45 Minuten sind. Und das haben sie auch geschafft. Und sie haben auch noch ein bisschen was transportiert dabei. Ich sage auch, jawohl, Simon, ich sage Daumen nach oben. Und nicht nur ich sage Daumen nach oben, denn ich habe auch als Entscheidungshilfe einen Maskottchen, einen Fachberater seit dieser Woche immer am Start. Und als ich mich gefragt habe, wie kommt die Folge bei mir raus, da hat er mich auch angelacht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kriege ich die Folge den Daumen hoch. Und dieses lachende Gesicht meines neuen Maskottchens, ich spiele die ganze Zeit schon mit ihm off-camera. Ich zeige es dir mal. Super, super. Ich sehe eine Morn-Actionfigur. Ja, das ist Morn. Und diese Woche guckt Morn freundlich. Ja, und wenn Morn freundlich guckt, dann geht mein Daumen nach oben. Mal gucken, wie oft ich ihn in den nächsten Wochen mal befragen muss, wenn es schwieriger ist womöglich für mich. Sehr schön. Eine Morn-Actionfigur. Sehr schön. Ja. Sebastian, das war A Matter of Honor. Was haben wir nächste Woche vor uns? Wir müssen noch was sagen zu nächster Woche. Wir haben es ja schon öfter mal angekündigt in den letzten Wochen. Die Folge in der nächsten Woche. Das ist natürlich, Sebastian, welche? The Measure of a Man auf Deutsch. Wem gehört Data? Die gibt es in zwei Varianten. Die eine ist die, die ihr überall findet. Das ist in der normalen Länge. Dann gibt es als Bonus-Material auf der Blu-ray-Veröffentlichung von Star Trek The Next Generation Season 2 eine Langfassung. So, die ist länger. Und das ist die Folge, die wir nächste Woche besprechen wollen. Also, falls ihr, also ihr könnt euch nächste Woche auch natürlich ganz normal anhören, auch wenn ihr nur die Kurzversion kennt, nur in Anführungsstrichen. Wir werden herausarbeiten, wo die Folge länger ist. Das sei noch davor gesagt. So, richtig. Und weil das die letzte reguläre Sendung vor Weihnachten ist, nächste Woche, The Measure of a Man, fühlt sich für uns noch gar nicht so an, weil wir so wahnsinnig vorproduzieren, dass für uns noch nicht mal der Advent angefangen hat im Real Life. Aber sei es drum, nächste Woche ist die Folge vor Weihnachten und es gibt auch von uns wieder ein kleines Weihnachtsgeschenk, einen Track am Freitag vor Weihnachten. Und da haben wir uns auch schon etwas ausgesucht, das mit einem sehr, sehr übergreifenden Thema dieser zweiten Staffel zu tun hat. Und damit ihr jetzt anderthalb Wochen vielleicht sogar Zeit habt, euch das auf DVD oder sonst wo irgendwie mal anzuschauen, damit ihr es begleiten könnt, sagen wir euch jetzt, wir sprechen am Freitag in anderthalb Wochen über The Quester Tapes, einen von diesen Gene Roddenberry-Pilotfilmen aus den 70er Jahren, aus denen keine Serie wurde. The Quester Tapes, auf Deutsch, ein Computer wird gejagt, es gibt tatsächlich eine deutsche DVD, ich glaube, es schwirrt auch irgendwo mal auf Amazon Prime oder so rum, hast du gesagt, Simon, oder nicht mehr? Ich weiß es nicht, aber müsste ich mal schauen. Und das, wir verraten euch vielleicht nicht so viel, wenn wir sagen, wir haben ja viel mit KI zu tun, in den letzten Wochen und nächste Woche besonders wieder und das ist ein Pilotfilm, der unglaublich viel mit KI zu tun hat und wo man auch unglaublich viel zum Thema Data dran erkennen kann, zum Charakter-Data dran erkennen und ablesen kann und das wird dann unser Weihnachtsgeschenk für euch am übernächsten Freitag. So ist es. So sieht es aus. Und liegt es irgendwo bei Amazon, Simon, oder muss man zur Silberscheibe greifen? Das gibt, nee, das ist, glaube ich, so wie ich das jetzt sehe, aktuell nur auf DVD erhältlich, kostet so zwischen 10 und 15 Euro, je nach Händler. Ja. Falls ihr das sehen wollt. That's it. Für diese Woche. That's it. Simon, das hat mir einen klingonischen Spaß gemacht. Ich habe tierisch Hunger, ich hole mir jetzt erstmal gleich ein bisschen Pipius-Klaue und Herz des Tags und Rohkeck-Blutkuchen und werde ein fürstliches Mahl einlegen heute Abend. Das mach. Das mach. Hau rein, lass es dir schmecken. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, ihr da draußen. Bewerten und so nicht vergessen. Kommentare. Ihr wisst Bescheid. Macht Idiot. Tschüss. 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 Eine Track am Dienstag 2019 Produktion.